Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Herzlich willkommen zu unserem neuesten Recap zur sechsten Folge der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon. Zehn Jahre sind seit den Ereignissen der letzten Folge Offscreen vergangen und es ist sehr, sehr viel passiert. Deshalb habe ich wie immer Unterstützung an meiner Seite. Zum einen den Ritter der Recaps. Sehr dom, hallo! Vala Doheris, obwohl Vala Morghulis bei dieser Folge so sehr angebracht wäre wie sonst bei kaum einer. Und gemäß der Umbesetzung einzelner Figuren in der Serie gab es auch bei uns eine neu-um-was-auch-immer-Besetzung, denn heute ist Kollege Torben zu Gast. Grüß dich! Ahoi! Mein Name ist Paul, der mit dem Blick auf die vielen Notizen zu dieser Folge schon jetzt etwas ins Schwitzen kommt. Lasst uns deshalb nicht allzu viel Zeit verlieren. Eines möchte ich aber noch schnell für uns und auch für die ZuhörerInnen klären. Torben, ganz kurz und knapp, wie hat dich denn die erste Staffelhälfte von House of the Dragon bisher abgeholt? Bisher mehr als ich dachte. Im positiven Sinn, muss ich wirklich sagen. Es ist zwar nicht der Hype wie jetzt früher in den guten alten Game of Thrones Zeiten, aber ich bin doch sehr positiv überrascht und bisher hat es mir gefallen, was ich da gesehen habe. Okay, wir werden sehen, wie sich das jetzt für diese Folge fortsetzt und dann steigen wir direkt ein mit diesmal dem Vorspann der Folge. Dom, du wolltest dazu was sagen? Ja, ist manchen vielleicht aufgefallen, manchen eher weniger. Der Vorspann hat ein kleines Update bekommen. Habt ihr es bemerkt? Ich bin ehrlich, ich habe es nicht bemerkt. Du hast ihn geskippt. Nein, ich habe es diesmal nicht geskippt tatsächlich. Ich habe mir den diesmal angeschaut, weil ich auch gedacht habe, also jetzt, es bietet sich halt an, den genau jetzt zu updaten. Aber ich habe dann tatsächlich auch nicht so aufmerksam danach geschaut und wahrscheinlich ist am Anfang, ist es, keine Ahnung, eine Generation hinzugekommen oder? Ja, ja, größtenteils. Also da sind ja jetzt einige neue Siegel. Da sind eben jetzt auch die Verbandelungen zu den Häusern Velarion und Hohenturm werden da hervorgehoben. Und dadurch natürlich auch nochmal betont, dass jetzt hier wirklich einiges an Zeit ins Land gezogen ist. Torben, ist es dir denn so bewusst aufgefallen? Dass Zeit ins Land gegangen ist, auf jeden Fall. Also im Vorspann nur am Rande, dass da ein paar Siegel ausgetauscht wurden, aber jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt sage, wow, das ist anders und das ist ja ganz was Neues. Nur sehr wenig. Was man noch sagen kann, ich weiß nicht, ob ihr das Inside the Episode gesehen habt. Ich habe es, ungelogen, zehn Minuten bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich das schnell noch in 1,5-facher Geschwindigkeit geschaut. Ah, ja, okay. Aber ich fand es diesen Mann tatsächlich gar nicht so sehr aufschlussreich. Nee, ich muss sagen, die sind auch irgendwie insgesamt, also das war schon bei Westworld und jetzt irgendwie auch. Die sind nicht allzu interessant. Also ich meine gut, was Migesa Pocznik hier halt erzählt hat, dass sie einen klaren Cut machen mit diesem Zehn-Jahres-Sprung und dass diese Folge, und das kommt halt auch nicht von ungefähr, dass er die wieder inszeniert hat, dass diese Folge fast so eine Art, ja, zweiter Pilot ist. Ja, das habe ich auch viel, vielerorts gelesen, dass sie das als zweiten Piloten, ich meine, die Verstringung und so, und man kann es auch nicht getrennt von dem betrachten, was vorangegangen ist, denn schließlich ist es immer noch alles eine Staffel und eine Serie. Ja, aber wir haben hier schon natürlich sehr viele Leute im Cast ausgewechselt, aber den Bogen schlägt er, also wie gesagt, es ist kein Zufall, dass wir hier wieder Migesa Pocznik auf dem Regiestuhl haben, man muss ihn nämlich noch festhalten. Folge 7 hat er dann ja auch nochmal gedreht, aber danach wird der gute Mann uns ja leider nicht mehr erhalten bleiben bei der Serie, ja, der ist ja, das hatten wir ja in den anderen Besprechungen gar nicht aufgeworfen, aber hier kann man das jetzt kurz mit einbeziehen, der verabschiedet sich ja schon als Co-Showrunner aus der Serie. Es ist ja, es ist eben ein bisschen seltsam, auch im Hinblick nochmal auf den Vorspann, dass er dort nirgendwo genannt wird, ne? Er wird zwar irgendwie als Executive Producer gelistet, aber da steht dann McCreated by Ryan J. Condell und George R.A. Martin und eigentlich ist ja Sapochnik so ein bisschen auch irgendwo Co-Showrunner, ne? Hm. Ja, schon. Witzig, ich bin gespannt, also der, wer weiß, vielleicht macht der ja dann jetzt direkt das nächste Spin-Off, was dann bitte heißt The Sea Snake, so und jetzt ist gut hier. Wir starten in die Episode, die da den Titel trägt, die Prinzessin und die Königin, darum dreht sich ja jetzt gleich vieles in dieser Folge. Diese Folge startet mit einer Geburt. Wir sehen, ich glaube, es ist sogar erst Schwarzbild und wir hören erst nur Rhaenyra's Atmen und dann sieht man Rhaenyra bei einer Geburt, die, wo man vielleicht den ersten, vielleicht einfach, weil es eine Geburtsszene ist aus dieser Episode, auch schon an Emma, an Emma, nicht Targaryen, sondern. Emma, Arryn, genau. Genau, da wird ja auch hier klar der Bogen geschlagen, auch sowohl vom Skript als auch von Sapochnik. Die erste, die erste Spiegelung einer Anspiegelung in Nicht-Armen-Folge, wie ich sage. Oh ja. Die Episoden, die vorangegangene Episoden, deswegen finde ich auch nicht, dass es, also natürlich ist es ein Bruch mit diesem Zehn-Jahres-Sprung, aber ohne die Folgen zuvor würde sie halt auch komplett anders funktionieren, aber dazu später mehr. Ja, wir sehen sie bei ihrer Geburt, es ist ein Junge und das erste, was mir in dieser Szene, beziehungsweise den zwei Szenen jetzt aufgefallen ist, wo dann eine junge Dienerin dazukommt und sagt, davon berichtet, dass die Königin verlangt, also Alicent, dass das Kind sofort zu ihr gebracht werden soll. Das sind zwei tolle One-Shots. Und da muss ich sagen, das war eine tolle, also es war eine starke Szene, eine starke Eröffnung für diese Folge, weil ich war sofort drin. Torben, wie ging's dir? Definitiv. Also, das ist erstmal großartig gespielt von Emma Darcy, was sie hier abzieht. Mir ist das so im Nachhinein erstmal gar nicht bewusst geworden, eher als sie die Treppe hoch sind, als ich mir gedacht habe, Moment, wo war hier gerade ein Schnitt? Hier gab's keinen Schnitt, sondern es ist halt echt ein One-Shot bis zum Thronsaal, oder nicht bis zum Thronsaal, bis in die Gemächer von Alicent, genau. Das ist schon beeindruckend gewesen. Ich finde, es unterstreicht auch diesen Willen von Rhaenyra, weil sie sich ja immer, also weil sie sich ja dann zwingt, selbst zu gehen, da nicht sich das Kind aus dem Arm nehmen lässt, sondern sich da ja wirklich aufrafft und sagt, hier, ihr kleid noch und sie. Ja, sie traut ihr nicht über den Weg einfach. Natürlich, und sie hat ja auch, sie hat ja auch, also Schmerzen und das sieht man ihr so gut auf und Leynor kommt ja dann noch dazu und gratuliert ihr dann noch und sagt, well done, nach dem ersten One-Shot und geleitet sie ihr dann und stützt sie ja auch dann, wo sie die Treppen hinaufgehen und da schon erste Gratulanten und so weiter warten. Also ich fand, das war wirklich eine sehr schön gespielte und auch wirklich sehr schön eingefangene und sehr ausdrucksstark eingefangene Szene, Dom. Ist ein grandioser Auftakt einfach für Emma Darcy, an die man sich ja wirklich jetzt erstmal gewöhnen muss. Man hat sie ja im Off gehört, tatsächlich in der allerersten Szene der Serie, also so diesem Prolog, wo der große Rad auf Harrenhall gezeigt wurde und jetzt kriegen wir sie hier auch zu Gesicht. Ich muss sagen, diese ganze Geburtsszene, die hat mich irgendwie sehr an diesen Netflix-Film Pieces of a Woman denken lassen, wo ja Vanessa Kirby eine ähnliche Tortur durchleiten muss. Hier ist es natürlich nicht ganz so extrem, wobei da war es auch ein One-Shot interessanterweise. Ja, ja. Und die Probleme, Sounds haben sie da im Repertoire und ja, nee, also bei dem One-Shot kann ich mich anschließen. Da ist halt auch wieder hier ganz stark die Handschrift von dem hier deutschen Kameramann Fabian Wagner, mit dem ja Miguel Sapochnik immer gearbeitet hat bei der Serie. Und ich hätte mir so gewünscht, dass sie das vielleicht auch noch, also dass sie das noch weiter, das waren wirklich zwei sehr starke Anfangsplan-Sequenzen, auch dieser eben, wo sie die Treppe hochgehen und ich finde auch toll, wie das Ganze ausgeleuchtet, also ich hatte nicht das Gefühl, dass da sehr viel mehr künstliches Licht war, sondern es wirkte alles sehr echt. Also das hat schon eine ganz, ganz besondere Atmosphäre kreiert. Leanor natürlich, also auf der einen Seite so freut er sich, juhu, du hast es geschafft und hey, es ist ein Sohn und gut gemacht und ich hoffe, du hattest nicht zu viele Schmerzen. Also mir, ich kann das ja so in etwa nachvollziehen, weil mich hat ja auch mal eine Lanze getroffen, diesen Vergleich fand ich auch sehr, also er hat aus seiner, genau, er hat auch von seiner Naivität so noch das Behalten von Folge 5. Und meine Euphorie über diese wirklich tollen Szene wurde dann abrupt zerschlagen, als ich Kristen Cole gesehen habe. Ach ja, sehr Krautsalat, wie du ihn mittlerweile getauft hast, ja. Gruß anst du. Wie er als Wachmann vor den Gemächeln von Alice entsteht und da war ich erstmal, ach, dude, warum stehst du immer noch da? Warum bist du immer noch Teil der Königsgarde? Eigentlich gehörst du an die Mauer, Minimum, aber gut. Was, ja, was, was machst du dort? Offenbar ist ja jetzt Alicent, also zugeteilt, zugestellt. Ich meine, wir hatten in der letzten, in der letzten Folge hatten wir gesehen, wie sie ihn mehr oder weniger vor dem Selbstmord bewahrt. Und ihn sich jetzt dienstbar gemacht hat, was ja man in dieser ganzen Folge sehr eindrücklich sehen kann. Und? Weil sie, sie weiß ja um sein Geheimnis und gibt es nicht preis, aber dadurch hat sie ihn halt in der Hand. Und der Typ, äh, sehr schmalzlocke, ist wirklich, also das ist halt auch so bescheuert, der ist halt um keinen Tag gealtert, ne? Ja, das ist gleich das Nächste. Während wirklich, wirklich alle anderen ja auch, äh... Umbesetzt wurden! Lenor auch! Lenor und, äh, Rhaenyra, wie sie an ihm vorbeistozieren und wirklich, also bei ihm sieht man ja das Alter an, wobei ich auch wirklich sagen muss, Emma Darcy sieht aus meinen Augen sehr viel älter aus als Lenor. Also Lenor ist irgendwie immer noch so, so, so jugendlich fast, ähm, aber egal, und, aber Kristen Cole sieht halt wirklich noch genauso aus. Also er hat auch seine Frisur, sitzt natürlich wieder top. Ja, ja. Vielleicht sogar noch ein Stückchen frischer als am Ende der, der fünften Folge, aber ich hab mir auch gedacht, warum ist diese Figur noch da? Also, was ist mit ihr passiert, warum ist sie mit dem Ganzen ungestraft davon gekommen, was ist da in der Zwischenzeit passiert, in zehn Jahren? Lenor würdigt ihn ja so eines, naja, immerhin eines Blickes irgendwie, aber, ah, da fehlt wieder was. Wir hätten es zumindest mal erklären können, warum er so glimpflich davon gekommen ist, so mit einem Satz mal vielleicht. Ja, da ist nicht mal ein Satz. Dass Alice halt irgendwas sagte, weißt du noch damals, als ich deinen Kopf vor dem Geigen gerettet hab oder sowas, als ich mich beim König für die Stark gemacht hab, irgendwie sowas. Was mir erklärt, warum dieser Typ noch Teil der Königsgarde ist. Ja, da ist, da ist halt wirklich gar nichts, das hängt ja auch damit zusammen, dass, äh, die Situation, die wir da gesehen haben am Ende der fünften Folge, dass das ja eigentlich, äh, Torben wird mir da ja beipflichten können, das ist ja eigentlich Teil eines Turniers. Ja, und da ist es eigentlich ein Unfall, von daher nachvollziehbar, dass der Typ noch da ist. Für die Nicht-Buchleser, also das, was passiert, also der, der, der Mord an, äh, Gottfried, der geschieht nicht während der Hochzeitsfeier, sondern eigentlich während eines Turniers. Und das ist ja wirklich eine ganz andere Situation. Also das ist ja was, das ist ja was. Sie legt hier mit einem Morgenstern in den Schädel ein. Richtig, man, man, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, äh, von der Situation in der ersten Staffel Game of Thrones gab's ja diese Szene beim, äh, beim Turnier, äh, wo sich der Berg und der Blutung miteinander anlegen. Und da braucht es dann ein Machtwort des Königs, dass die aufhören. Und gerade bei so einem Turnier kann man auch manches wie einen Unfall aussehen lassen, ne? Also, das, das ging ja dann, äh, gegen eine Figur, die dann aber erst hier jetzt eingeführt wird. Äh, was ich aber noch gerne ergänzen will zu dem One-Shot, äh, das ist dir sehr gut aufgefallen, Paul. Also ich, ich hab, ich hab, äh, die Folge ja wie immer zweimal gesehen und ich hab wirklich genau drauf geachtet, dieser, äh, diese Plansequenz geht wirklich von unten an der Treppe oder eigentlich sogar von dem Behandlungszimmer wirklich bis zu Alicent hoch. Also, das ist wirklich so, da, da hast du wirklich so die Zielstrebigkeit von Rhaenyra. Und mir ist auch aufgefallen, wenn, wenn, wenn sie irgendwie auf der Treppe anhält und kurz innehält, weil sie ja auch noch irgendwie diese Nachgeburtswehen hat, dann hält die Kamera auch an. Also du, du wirst da wirklich total reingezogen. Großartig. Wie ein, als würde, als wäre man durch die Kamera direkt dabei, auch bei der Geburtsszene ist es so, wenn die, wenn die, wenn die Dienerin reinkommt und sagt, hier, äh, die Königin verlangt das Kind, dann schneidet die Kamera nicht, sondern sie schwenkt wirklich so um, als würde man daneben sitzen und eben gucken, wer da gerade reingekommen ist. Also, sehr stinkend. Und noch kurz mein Senf zu dem, zu dem Turnier oder sowas im Buch oder in der Vorlage, das Turnier ist. Ich finde, daran sieht man oder daran wird deutlich, dass man vielleicht dann wirklich nur dieses Trademark der Hochzeit mit in der Serie haben wollte. Ja, die, keine, also es ist wie bei den Dothraki, du brauchst mindestens ein paar Tote, sonst ist eine Hochzeit in Westeros einfach reizlos. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein, das ist ein, ja, ein netter Metacommentar auf diese ganze Serie. Und, äh, du hast vorhin das Turnier in der ersten Staffel Game of Thrones angesprochen. Mach's dir doch einfacher, nimm das Turnier aus der ersten Folge House of the Dragon. Da siehst du ein geschlagenes Schädel und zertrümmerte Gesichter, nämlich was da passiert, wenn da, ja, Unfälle während einer, ja, nennen es mal mal Sportveranstaltung eben auf die Kontrolle gehören. Das darf man ja nicht vergessen, das ist ja, äh, bei aller Liebe zum, äh, zum Bluten und Schlachten, das ist ja eigentlich ein freundschaftlicher Wettstreit, ein Turnier. Da hebt man sich halt beim Tioß gegenseitig aus dem Sattel und, äh, tötet nicht einander, ne, da hat ja hier Damon auch eine, eine Linie überschritten in der ersten Folge. Und, äh, da wurde auch ganz klar, äh, das mit Robert Baratheon referenziert, aber, ja, gut. Ja, wir kommen mal zu dem Gespräch, was sich da anschließt. Das erste Aufeinandertreffen zwischen der titelgebenden Prinzessin und der Königin. Alicent, äh, ja, wartet natürlich auf das Kind und begrüßt Rhaenyra dann, ha, so, so mit so einem, ach, ihr solltet doch nach der Geburt ruhen. Also bitte, was, was müht ihr? So, 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 so pseudo fürsorglich, ne? Ja, ja, was müht ihr euch denn jetzt hier rauf, so nach dem Motto? Ja, ja, ja. Und, also, wirklich von, von da an wird deutlich, ey, wir haben hier wirklich zwei Erbittete, jetzt kann man sagen Gegnerinnen gegenüberstehen. Ja, ja. Äh, und, ja, dafür sorgt auch so ein bisschen der Zehn, der Zehn-Jahres-Sprung. Ich weiß nicht, äh, Dom, wie hat dir dieses erste wirklich aufeinanderprallen von Alicent und Rhaenyra gefallen? Also, mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen. Das hängt aber auch damit zusammen, äh, dass wir, ja, es ist, also, es, es fühlt sich fast so, durch diesen immensen Zeitsprung und den, den Cast-Austausch fühlt es sich fast an, so ein bisschen wie so ein kleines Reboot innerhalb dieser Staffel. Ja. Äh, äh, und Alicent, äh, ja, ich muss dazu sagen, ich mag, äh, diese Olivia Cooke sehr, sehr gerne. Die hat man ja schon jetzt in wirklich einigen Sachen gesehen, zuletzt in Sound of Metal oder auch schon in Ready Player One, äh, die ist, die ist auf dem Weg nach oben, hab ich das Gefühl. Und ich find's sehr schön, dass sie hier drin ist. Und, ähm, ich muss sagen, äh, du hattest ja gerade gemeint, Emma Darcy wirkt älter. Und, äh, es ist ja irgendwie auch amüsant, dass Millie Alcock, also die erste Rhaenyra-Darstellerin, die Junge, äh, dass die aufgrund von Emma Darcy gecastet wurde, da frag ich mich dann, ob es bei, äh, bei Alicent wirklich genauso war, weil Emily Carey, die, die ja vorher jetzt bislang gespielt hat, äh, die könnte, also die, die ist ja gefühlt optisch die jüngere Schwester von Olivia Cooke gewesen. Ähm, was jetzt so im Hinblick auf den, auf den Zeitsprung, das angeht, ja, es ist ja irgendwie, ich meine, am, am Ende von Folge 5 hat ja Alicent diese, diese Kampfansage über, über das grüne Kleid, ne? Ähm, und da ist ja auch ein endgültiger Bruch mit, äh, mit Rhaenyra, äh, weil, äh, sie hat ihr erst die Treue gehalten und Rhaenyra hat sie ja wirklich eiskalt angelogen, äh, mit, mit Kristen Cole und auch irgendwo mit Damon. Und, äh, äh, ja, dass das jetzt so über zehn Jahre hinweg gezogen wurde, dieser Frust, auf der anderen Seite merkt man das, äh, dass die wohl irgendwie auch alle ordentlich, äh, beiseite genommen wurden, wahrscheinlich vom König und dann irgendwie angewiesen wurden, nicht darüber zu reden und auf Happy Family zu machen. Und ich muss sagen, diese, diese Atmosphäre kommt sehr gut rüber in dieser ganzen Folge, so dieses Vordergründige, was ja auch dazu passt, dass Rhaenyra irgendwie auch eine, eine Ehe führt, die irgendwo auch wie so ein Werbespot ist, ne? Ja, ich mein, du hast ihn grad hier schon angesprochen, äh, Viserys stößt nämlich auch, äh, zur, der Szenerie richtig, der Viserys, äh, der letzte Folge mehrmals zusammengebrochen ist, der dort über seinen Tod sinniert hat, der Hustenanfälle hatte, der sich nicht mehr aufrecht halten konnte, der ist zehn Jahre später auch noch dabei, ich mein. Er lebt, aber es ist kein gutes Leben. Nein, er sieht wirklich elendig aus. Ja, wobei, also er kam auch in meinen, also ich fand jetzt nicht, dass es komplett elendig von ihm war, aber Turben, ich würde es ja natürlich als Buch oder als einer, der die Feuer und Blut, die Vorlage so gelesen hat, überrascht haben, dass er noch da ist, aber wie findest du den Auftritt oder ist es irgendwie seltsam, dass er wirklich an der letzten, in der letzten Folge so wirklich, dass man mit der letzten Szene, die, 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 die man ihn gesehen hat, der wirklich fast einen Todessturz oder eine Sterbesszene inszeniert hat und jetzt ist er wieder quietschfidel gut, natürlich, er ist ein bisschen älter und er hat auch Haare wollen und so weiter aus, aber ja, ist trotzdem noch mal, ich hatte das Gefühl, ihm ging's fast besser als letzte Folge. Ich hab auch gedacht, dass es, dass es mit ihm ähnlich machen wie mit Robert Baratheon, der ist ja in Folge 6 der ersten Staffel von Game of Thrones von uns gegangen und dass er hier auch in Folge 6 von House of the Dragon dann, ja, dann wie Seres sterben wird, so wie der Typ am, am rumkrebsen ist letzte Episode, äh, ihm fehlt jetzt ein Arm, glaub ich, oder der ganze Arm ist jetzt abgefault wohl an der Lepra, an die er wohl gelitten hat, in den Büchern leitet er immerhin nur an Gicht, aber es gibt ihn noch, aber um deine Frage zu beantworten, doch, er hat, wirkte im Vergleich zur letzten Folge etwas munterer, offenbar hat die Maden-Blut-Egel-Therapie geholfen. Ich hab aber auch mit so etwas gerechnet, weil ich gedacht hab, ach, guck mal, jetzt starten wir hier mit einer Geburt und safe enden wir am Ende mit der, mit dem Tod des Königs oder so. Weißt du, das hätte ich so, das war mein Gedanke, aber, so viel können wir schon vorwegnehmen, nein, Viserys ist auch noch, äh. Er wird uns noch erhalten bleiben. Genau, er ist es noch. Und vom Alter her, äh, Emma Darcy ist ja, lass sie mal Ende 20, Anfang 30 sein, die Schauspielerin, witzigerweise wird, äh, Ranyra in den Büchern als Anfang 20 beschrieben, also da hätte man Milly Elcock theoretisch sogar noch ein bisschen älter schminken können, weil die ist, glaube ich, 22, 23 Jahre alt, also es könnte hinkommen. Ist auch nicht, ob man da noch mehr mit, mit Schminke hätte arbeiten können, ich meine, Paddy Consid, den ist doch seit Folge 1 unserer Series und den haben sie ja auch, auch hingekriegt. Den haben sie echt hier aufgemacht, ne, also der hat ja nur noch. Ja, guck ihn dir an, also, der sieht aus wie Gollum zum Teil. Ja, 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 da gibt's ja schon das schöne Meme. Genau, gibt's schon das schöne Meme, dass er dann in Folge 8, äh, äh, aussieht wie, wie Gollum. Äh, ja, außer die Haare, der hat ja wirklich nur noch so. Der spielt mit einem Ring rum, also es könnte hinkommen. Stimmt. Der, 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 der hat ja wirklich nur noch so, so strähnige, schüttere Haare und vor allem sehr, sehr viele Leberflecken auf dem Kopf und so alt ist ja Paddy Considine auch nicht, also. Das haben sie schon gut hingekriegt. Aber er hat seinen, seinen, seinen Humor hat er, hat er nicht verloren. Den, den, seine, seine Art, so, er ist eigentlich, er ist immer noch der gute alte, äh, bis er es immer aus den letzten Folgen kennen. Äh, Alison fragt dann so mal ganz unverfroren, ach ja, wie, wie heißt denn das Kind? Äh, äh, und Lenor kommt Rhaenyra da ganz fix, äh, zuvor und sagt Gottfried. Gottfried. In wessen Erinnerung wohl? Hm. Ja, ja, äh. Mich wundert es, dass sie halt konsequent Gottfried gesagt haben und nicht wieder zu Joffrey abgewandert sind. Also, äh, dass sie da wirklich den Namen so konsequent eingedeutscht haben. Ja, das, das wunderte mich auch tatsächlich schon in der letzten Folge. Da war ich nämlich auch erst ein bisschen verwundert, ob der, weil ich, ich hatte überall Joffrey Lonmouth gelesen und dann im, im Deutschen war es tatsächlich dann Gottfried Leumund. Leumund hat ja auch unglaublich viel, äh, Symbolkraft. Ähm, ja, äh, da merkt man halt schon, was, was, äh, der und Rhaenyra für eine Ehe führen, ne, und, äh, dass, dass sie irgendwie in seinen Augen kaum was zu sagen hat, beziehungsweise er will ja irgendwie Mitspracherecht, das kommt dann ja auch nochmal zum Tragen, als sie dann da rausgehen in der, äh, darauffolgenden Szene. Aber ja, er fährt ihr ja schon wirklich regelrecht, äh, dominant über den Mund und bestimmt einfach so den Namen und Alicent ist ja auch eher so verdutzt, so, also, Gottfried ist jetzt ein etwas seltsamer Name für einen Valyra, ne? War grad sehr, ja, auch wenn man sich die, wenn man sich die, wie wir später in der Szene erfahren, hat sie ja noch weitere Kinder mit dem Namen Cheseris und Luceris. Ja, äh, jetzt. Ja, dann hätte man ihn Gottfriedus. Wir hätten, wir hätten Stu bei dieser Folge dabei haben müssen, nichts gegen dich, Thorben, aber Stu, schlechtes Namensgedächtnis, ist seit der letzten Folge Kult. Ja, ich glaub, ja, okay. Wir müssen ihn in einer der späteren Folgen vielleicht nochmal einladen und dann mal sehen, wie er sämtliche Figuren hier benannt hat. Äh, Alicent nimmt dann auch das Kind so ganz, äh, unverhohlen einfach in ihre Arme und dann steht sie da neben Viserys und betrachtet das Kind und beide stehen so ein bisschen da, als wäre sie eigenes. Also sie betrachten das schon und halten es so in ihrem Arm. Äh, und Laenor und Rhaenyra gehen dann auch wieder zurück, weil Rhaenyra sich doch ein bisschen ausruhen sollte. Da gibt's dann noch diese kleine eben Diskussion, äh, von Rhaenyra und Laenor, wo er sagt, äh, wo sie sagt hier, es wäre schon schön, wenn du mich, äh, vorher einweist, äh, in die, in die Namen. Ja, er geht nicht den Seitenhieb von Alicent Richtung Laenor von wegen, ja, übt ruhig weiter, irgendwann kriegt er ein Kind, das so aussieht wie der. Genau, genau, genau. Ja, das ist, es steht auch genauso im Buch drin. Ja, und wie, und Viserys lügt sich das förmlich schön, indem er irgendwie sagt, oh ja, ein kräftiges Kind, das wird mal ein geflüchteter Ritter und er hat die Nase seines Vaters, ja, klar, ey. Also, er versucht's halt auch wirklich, also er lässt sogar teilweise die Kids von der gleichen Amme stillen, um sie, äh, in Büchern, heißt es, zu Milchbrüdern zu erziehen, um da ein stärkeres Band zwischen den Kindern eben zu erzeugen. Ja, genau, genau, ja. Genau, ja, das war, das war ein wichtiger Einschub, das stimmt. Und Rhaenyra und Laenor, die gehen zurück in ihre Gemächer, äh, und dort wird dann eben bestätigt, dass es nicht der einzige Nachwuchs ist, den Rhaenyra in der Zwischenzeit bekommen hat. Nein, wir sehen noch zwei weitere Söhne, nämlich eben Cheserys und Lucerys, Valerian, äh, die dort von, ich hab's erst genannt, von Zerharwin gebabysittet werden, denn Zerharwin, äh, der spielt ja jetzt auch in dieser Folge eine größere Rolle. Und ich hab tatsächlich jetzt, das war derjenige, der Rhaenyra des Nachts in Königsmund aufgehalten hatte, als sie da mit Daemon unterwegs war. Ah, der Knochenbrecher, der Anführer der Königskarte. Es war so dunkel, und wir haben uns gewundert, wer denn dieser, wer denn diese Wache dort ist, ob das tatsächlich einer war, aber das, das war, ja. Ah, der ist ja, stimmt, der, das ist der Knochenbrecher, ja. Genau, äh, Sir Harwin Breakbones, äh, äh, also der, der, der gehört ja auch Hauskraft an, der ist ja einer der Söhne von, äh, der Hand des Königs Lionel. Ja, genau, ja. Richtig, und, äh, da ist erst mal kurz, das war so ein bisschen, erst mal rein in die Familie, die beiden Jungs da, beide, äh, dunkelblond, braunhaarig, dunkelhaarig auf jeden Fall. Dunkelhaarig, nix mit blond, gar nix, dunkelhaarig, beide. Das ist Kastanienbraun, also nix mit valyrischen Blutern, also das sieht man jedenfalls nicht an. Genau, äh, die Jungs haben jedenfalls ein Drachenei für ihren Bruder rausgesucht, ähm, das hatten wir ja ein paar Folgen zuvor schon mal, dass das so eben ist bei den Targaryens und die, die wollten erst auch, sie wollen auch mal ihren, ihren Gottfried, ihren Gottfried halten, äh, aber dann erst mal Sir Harwin, äh, kriegt und, äh, Laenor schickt dann die beiden auch mal raus, wie er sagt, ihr müsst jetzt mal in die Drachengrube, ne, geht mal hier, geht mal hier ins Weg. So, und da erhält zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, Sir Harwin so wirklich die Aufmerksamkeit, wie er auch so ein bisschen mit, äh, Rhaenyra sich unterhält und von wegen, ach, guck mal, jetzt schläft er hier auf meinem Arm, so Respekt hat er, hat er nicht so, also so scherzhaft und da wird halt die Dynamik deutlich und das war's eigentlich, also das war das Erste und auch mit das Einzige, was man so wirklich von der Beziehung von den beiden, vielleicht die Endszene dann davon nochmal bekommt. Ja, es, äh, wobei ich muss sagen, äh, das, was vorhanden ist, also es ist wenig, aber das, was vorhanden ist, reicht, um, um, äh, darzustellen, was die für ein Verhältnis zueinander haben, also allein wie die sich da, äh, necken und er ja wirklich da seinen Sohn sehr wahrscheinlich auf dem Arm hat und dann sagt so, ja, also, äh, hier, äh, der schläft einfach ein, wie respektlos ist das denn? Also, wir erfahren auch, dass er Lord Kommandant der, äh, oder Kommandant der Stadtwache ist, ähm, und, und sie sagt dann, ja, irgendwie so, die, die Unverfahrenheit liegt wohl in der Familie, ne? Ja, ja, ja. Also, das, äh, das, das hat gereicht an der Stelle, dann auch später nochmal eine Szene, äh, ich finde, das reicht, man muss es vielleicht irgendwie so akzeptieren mit diesem sehr, sehr großen Zeitsprung, ne? Ja, das, also, ich konnte es in dem Sinne dann auch, in zehn Jahren kann sich wahnsinnig viel entwickeln und wie wir sehen, also gut, die beiden Söhne, die scheinen, also, ich hätte sie fast so, ja, weiß nicht, wie alt sind sie, acht, neun, weiß ich nicht, beiden anderen, also, der eine ist noch etwas kleiner, ähm, die sehen irgendwie sehr aus wie Robin Ahren, ne? Ja, aber ich konnte es auch gut, also, das muss ich sagen, hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört, da konnte ich es auch dann sehr gut auf den Zeitsprung schieben und sagen, ja, das wird da schon sich irgendwie entwickelt haben zwischen den beiden, von einem, von einem Kommandant oder von einem Ritter zum nächsten, na gut, äh, in einem Schnitt sind wir dann bei der Drachengrube und ich hab mir gedacht, ach, endlich, geil, 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 geil. Ich hatte wirklich Lust, äh, ich hab gedacht, es ist, es war sehr dunkel, aber dieses ganze Setting so hat mich schon, hat mir schon gereicht und wir sehen auch gleich, wie ein Drache aus den Finsteren geführt wird, äh, Wehrmax, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, war, 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 war Max, Wehrmax, ja, ja. Wehrmax, ja, und ich, bei dieser Szene und auch bei Nachfolgenden wird deutlich, wie viel sich in dieser Folge bei einer Serie, die House of the Dragon heißt, sich um die Beziehung von Mensch und Drachen dreht. Und, das fand ich sehr schön, weil das in den unterschiedlichsten Figurenkonstellationen und mit den unterschiedlichsten Drachen hier gezeigt wurde und halt auch so ein ambivalentes Verhältnis gezeigt wurde. Ja. Wir sehen dann eine ganze Menge Kinder. Oh ja. Stu, Walter deines Amtes, ja. Ich, ich, ich musste mich, ich musste mich da erstmal so ein bisschen sortieren. Also wir sehen, Prinz Aegon, den ich komplett vergessen habe. Ich hab gedacht, hä, wer sind denn jetzt die weißhaarigen Dots da? Ja, und dann hab ich mir, ach ja, stimmt, weil die schon so, die sind ja schon lange geboren, aber ja, das sind Prinz Aegon und Prinz Aemond, die Söhne von Alicent und Becerys. Genau. Und wir sehen, ähm, genau, die beiden von Renderer noch und die werden, Jack Harris und, äh, genau, kurz genannt Jace. Und, und, und Luke Harris, oh, Alter, diese Namen, ey, ja. Also jetzt, jetzt. Kurz genannt auch Luke. Ja, okay. Stimmt, Luke, ja. Wir nennen ihn einfach Luke, fertig. Luke und Jace. Luke und Jace, genau. Ja, wir haben hier vier neue Jungdarsteller und eben auch vier neue Figuren, die jetzt mal ein bisschen mehr sind als ein schreiendes Baby. Ähm, und auch da werden, auch wenn sie nicht viel Screentime bekommen, aber ein bisschen was bekommen sie schon, äh, unter anderem, Aemond hält ein kleineres Porträt, das ist so derjenige, der am wenigsten Bock da gerade hat, weil er auch keinen Drachen hat und von den anderen Jungs so aufgezogen und auch schon, äh, geärgert wird. Aber vorher sehen wir eben, wie, es ist Jace oder Jace Harris, wie er eben da so ein bisschen den Umgang mit den Drachen lernen soll. Insgesamt die Szene in der, in der Drachengrube, nicht richtig Drachen-Action, aber hat so ein bisschen den Drachendurst und den Drachenhunger gestillt. Ja, also mir, mir hat's vor allem gefallen, dass dabei ein Bändiger war, der ja irgendwie, glaub ich, auf Allyrisch gesprochen hat und, äh, daneben war da jemand, der das gedolmetscht hat und die haben ja dann gesagt von wegen, ja, ihr, ihr müsst das lernen, irgendwie eine Verbindung zu dem aufzubauen. Und, und, äh, dann wird ja auch so eine Ziege reingebracht, um dann irgendwie den hier, den Drachen, Warmax, oder Wehrmax, genau, Wehrmax, äh, anzulocken. Und, äh, äh, dann holt sich Jace Harris ja eigentlich nur die Erlaubnis ab, von wegen, dass er jetzt mal Dracarys sagen darf. Und ich, ähm, ich, ich muss sagen, ich, also erstens fand ich diesen jungen Drachen sehr gut animiert und ich fand das so geil, dass bevor der Feuer spuckt, dass der noch so Spuckfäden im Maul hatte. Das war richtig, richtig gut. Ich find auch, die, die Drachenszenen im Dunkeln funktionieren erheblich besser als die Drachenszenen am Tagslicht. Ja, ja, CGI halt, ne? Ja. Das, ja, ja. Beides werden wir ja noch sehen, sowohl Drachen bei Tag als auch bei Nacht. Ja, 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 ja. Ja, gerade in der Folge hier, ne? Äh, äh, Torben, da hätt ich mal eine Frage noch an dich, äh, weil, äh, das, äh, das CGI ist ja von vielen tatsächlich schon kritisiert worden und ich kann es ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen. Ich find's gut nach wie vor, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt jede Folge gefühlt neue Maßstäbe setzen, wie Drogon. Den sie ja, der wirklich grandios animiert war in der Originalserie. Aber ich hab gar kein so großes Problem, muss ich sagen, mit dem CGI hier in der Folge. Ich mein, klar, das sieht manchmal ein bisschen, bisschen unscharf aus, aber die legen hier teilweise so viel Wert auf Setting und Ausstattung. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass sie hier und da mal ein paar Abstriche machen mussten. Ja. Aber mich stört's ehrlich gesagt nicht. Ja, vor allem, sie haben jetzt auch so viele Drachen auch, ne? Also, schlecht, dass hier sich eigentlich jeder Woche präsentiert, wenn ich Ski halt gucke, also, da ist das wirklich herausragend hier im Vergleich. Ja, gut, da ist jetzt, also, vielleicht ist man da auch ein bisschen verwöhnt von der Originalserie, ich weiß es nicht. Ich sehe ehrlich gesagt nicht die riesigen Unterschiede. Ja, und wie gesagt, ich find's immer noch Pluspunkt der Serie, dass sie's mit, wie gesagt, wird auch Budgetgründe haben, aber dass sie's mit den Drachen einfach nicht übertreiben. Ja. Ja. Die sind wohldusiert eingesetzt. Genau. Wir verfolgen, äh, noch ein bisschen Aiment, der da zurückbleibt, nachdem er von den, von den anderen Jungs da ein Schwein mit angebastelten, äh, Tufeln bekommen hat. Also, das war schon, ich fand's schon gemein, mir tat er leid. Und er war auch von den... War gemein, aber schon witzig. Ja, aber mir tat er von den vier, also, tat er mir schon echt leid, weil er wirklich, ich merke's richtig, er will halt auch so einen Drachen, ne? Und sieht er dort, also, natürlich hat er sich vielleicht auch schon gedacht, hä, wo wollt ihr denn jetzt einen Drachen herbekommen? Und dann, naja, aber er ist dann derjenige, wo, also, er bleibt dann dort offenbar ganz allein zurück und die anderen, äh, merken nicht, wie er sich immer, äh, weiter, also, er sieht dann die, die Grube und er, er sieht diese Öffnung, wo, ist das eine, es ist ein Gang in die Höhlen, da unten, wo die Drachen hausen oder zumindest zugegen sind. Na, er erkundet das wirklich schon. Genau, er, er traut sich dann dort rein, es war wirklich sehr dunkel, also, ich musste wirklich nicht, aber dann, ich liebe halt, halt, diese, solche Szenen von Drachen bei Nacht, wenn sie dann so das erhellen und dann erhellen sie nur so die Umgebung, ich find das, find das toll und deswegen hat mir auch diese kleine Szene dann, wo er tatsächlich dann sehr viel Respekt vor dem Drachen hat. Und ganz schnell reiß ausnimmt. Hat er, hat mir, kann ich verstehen, hat mir gut, hat mir gut gefallen. Ja, das, das war ja auch so ein, das hat man ja auch, glaube ich, ganz oft in den Trailern, äh, gesehen, ne? Diesen, diesen Shot, wo dann irgendwie, das ist, das ist auch einfach toll, wie dieser Drache in der Düsternis ist. Und dann siehst du, dass der, dass der so Luft holt und auch schon so das, das Feuer glühen. Siehst schon ein bisschen das Glühen, ja. Genau, und dann, und dann, ah, das ist, ah, das ist so großartig atmosphärisch, grandios, wirklich. Ja, das stimmt. Können ganze, ganze Folgen in dieser Höhle verbringen. Also einfach, um zu gucken, wie die, wie die, mit den, mit den Lichtspielereien, find ich klasse. Gibt's dann noch diese Szene, wo, äh, äh, er tatsächlich zu Alicent gebracht wird und die ihn halt wirklich ausschimpft wie so eine typische Mutter. Äh, ihre Tochter sitzt dann auch dabei und hat, das, das war seltsam, hat ihr, habt ihr, hat ihr, hat ihr, ihre Tochter, hatte die irgendwie Tausendfüßler oder sowas auf der Hand? Ja. Ja, das war ein bisschen seltsam, also für das, das so beiläufig sein sollte oder, weiß ich nicht, ist da irgendein Forboding oder so? Sie hat sich's auch, sie, sie hat diesen, diese, diese Rede von Alicent auch immer so ganz komisch unterbrochen. Also es wirkte schon so, als wäre es wirklich gesetzt gewesen, als wäre es nicht nur irgendeine Schwärmerei oder ein Gedankenversuchensein. Ja, wenn, wenn da jemand, äh, weiß, der, äh, also, Torben, wenn du dir jetzt auch nicht so einen Reim drauf machen kannst, ähm. Welches Tier sieht man in dem Buch, äh, 17? Genau, äh, kann, kann jemand gerne in die Kommentare schreiben, der vielleicht, äh, äh, Feuer und Blut unter seinem Kopfkissen liegen hat und, äh, das auch im Schlafhinein liegt. In der, in der Chronik des, des Maesters steht bestimmt drin, welche, welches Tier, äh, wie heißt sie, Helena? Genau, genau. Äh, äh, Garian Dar. Ja, Helena, genau, ja. Ähm, das ist aber auch eine, äh, ich muss sagen, also es ist ja auch nur eine relativ kurze Szene, aber ich fand es hier auch sehr schön, äh, wie man sofort kapiert, weil, wenn man mal so guckt, so wahnsinnig, ja gut, also hier, Olivia Cooke ist natürlich schon älter als der, als der Aemon-Darsteller, äh, der übrigens nebenbei bemerkt, ähm, ein Sohn von David Tennant ist, also dem anderen Doctor Who-Schauspieler neben, äh, Matt Smith. Ähm, ähm, und, äh, äh, der oder, oder war das A, kann auch der Aegon sein, ist jetzt auch egal, ja, ich schmeiß diese Weißhaare durcheinander. Ähm, das, das war trotzdem schön, also das, das war halt wirklich so von wegen, der wird zu seiner Mutter gebracht und die fängt erst mal weiß wie an, den auszuschimpfen. Elisabeth ist eine schreckliche Mutter. Ja, und dann, äh, und dann erzählt er aber halt, dass er, dass er verarscht wurde und, und sich da erschreckt hat und dann hat sie doch Mitleid mit ihm. Das fand ich, fand ich eine schöne Szene, also wie sie ihn erst anschreit und dann trotzdem in die Arme schließt und ich, ich muss sagen, jetzt hat mir auch Leid in der Szene, muss ich echt sagen. Und von dieser Szene leitet es dann eben über zu einer Szene mit Viserys und Elisabeth. Viserys sitzt da immer noch über seinem Modell, hat jetzt auch jemanden, der ihm dabei hilft. Der Eddard heißt. Genau, der muss sich auch schmunzeln und der wird dann rausgeschickt und Elisabeth spricht zu ihm, dass seine Enkelkinder, also die Kinder von Rhaenyra, eine Plage sind und dass sie, sie berichtet ihm das Ganze auch nochmal und dann, ja, also sie ist, sie ist richtig, sie ist richtig wütend. Ja, ja, sie sagt vor allem, äh, ein, ein, ein solches Kind ist ein Ausrutscher, aber drei sind eine Beleidigung. Ja, ja, also sie ist, sie und, also, Viserys ist auch wirklich so, also man merkt ihm dann sein Alter schon an und auch wieder sein, so, er macht sich so ein bisschen die Welt, wie sie, wie sie ihm gefällt. Da fängt er da mit seiner, mit seiner Stuten- und Hengst-Metapher an und Elisabeth spricht aber gerade, äh, heraus einfach nur den Vorwurf ihm an, dass es vielleicht doch nicht Löneskinder sind. Ja, vor allem, äh, sie spricht das ja, also, ja gut, ich, ich mein, der Clou an der Szene ist ja, sie spricht das ja nicht direkt an, sondern sie geht auf seine beknackte Metapher ein von, von einer Stute, die geflohen ist und mit einem Hengst einen Fohlen zeugte und, äh. Das war auch so, oh, ja. Sorry, aber es hat, zu Viserys hat es irgendwie gepasst. Das hat total zu ihm gepasst. Also, das fand ich zum Beispiel nicht so schön wie letzte Folge, die Szene mit Varys da und den Blumen, äh, mit Larys und den Blumen. Ja, von, da werden wir noch ein bisschen was von sehen. Äh, zu Larys muss ich auch nochmal was richtigstellen gleich. Äh, ähm, aber es ist auf jeden Fall, also, sagen wir es mal so, Viserys ist nicht dumm, das wissen wir ja, der ist wirklich nicht dumm, aber er ist irgendwie, es, es, es hat so ein bisschen, also, wenn er jetzt nicht König wäre, dann wäre das eigentlich fast eine Art Berufsblindheit, könnte man sagen. Auf jeden Fall, also, er, er versteht, was Alicent hier für eine verheerende Anschuldigung eigentlich ausspricht, aber er will es nicht hören und redet sich eigentlich schön. Er sagt es ja auch zu ihr, jemand, äh, also, wenn das öffentlich wird oder wenn du, wenn du jetzt nicht die Königin bist, hätte das verheerende Folgen für dich. Ja. Und, ähm, ja, guck ihn dir an, er ist ziemlich am Verfall gerade und er weiß auch selbst, dass er nicht mehr lange leben wird und das Letzte, was er will, ist, dass sein, dass sein Haus eben in Scherben liegt. Also, ich glaube, da will er nochmal diesen Schein wirklich wahren und ein geeintes Familienhaus eben hinterlassen, so, ein, ein heiles Reich, eine heile Familie, eine heile Welt, dass er da einfach nur noch einen Tunnelblick hat, haben will, vielleicht auch haben muss. Ja, ich, ich meine, er hat ja, er hat ja irgendwie immer nur, also, das hat er ja vor allem in den ersten Folgen durchblicken lassen, ihm war ja, also, dem liegt ja eigentlich viel an seiner Tochter Rhaenyra und er möchte ja eigentlich, dass sie glücklich ist und irgendwie peilt er aber nicht so ganz oder, oder, Ja, also, so, so wirklich glücklich ist sie ja, glaube ich, nicht, ne? Ähm, und noch unglücklicher ist seine Frau, äh, zu der er überhaupt irgendwie keinen Draht mehr hat, nur noch so, so vordergründig über, über, äh, vermeintlich liebevolle Gesten. Und, äh, Alicent gesät sich dann zu jemandem, der auch, äh, von der ganzen Scharade die Schnauze voll hat, nämlich sehr Christen Cole. Oh, ja, gut, ne, und spätestens da geht der Preis für den schrecklichsten Charakter an, an ihn. Ja, an Fabian Frankel. Ja, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Gespräch da, da sagen soll. Die, die raufen sich da auf jeden Fall zusammen und, äh, lassen eigentlich gegenseitig ihren Frust raus, während sie da irgendwie durch die Gänge marschieren und Kristen Cole, man merkt, der, also der, der bezeichnet irgendwie auch Alicent förmlich als eine Art schwarze Witwe, also von wegen, die erst die Beine um einen schlingt, einen dann vergiftet und dann frisst oder, oder was auch immer. Ja, das ist schon spannend, dass der letzte Folge, da wurde ja, ja, mit einem nicht so schönen Namen betitelt, nämlich als Forzenknecht, und, also, als Forzenknecht von Ranürer, und jetzt ist er so ein bisschen der Knecht von Alicent, also, ja, ja, und er redet auch nicht sehr schön über, über Ranürer, also, ja, der ist halt wie so ein, das ist ein ziemlicher Arsch geworden, ja, ja, der hat so ein bisschen auch was von einem gehörten Ehemann eigentlich, ne, das, äh, also, das hat sich jetzt wirklich total gedreht bei ihm, weil, äh, ich mein, der wollte ja durchaus mit ihr durchbrennen, auch wenn er sich davon irgendwie auch erhoffte, seinen Namen reinzuwaschen und so weiter und so fort durch die Hochzeit, aber, äh, ja, in zehn Jahren kann sich viel verändern und der ist ja wirklich nur noch angepisst von ihr und, äh, auf Alicent macht das dann, dass er dann so dermaßen ausfallen wird, ich hätte das vielleicht nicht zitieren müssen, egal, äh, macht das dann auch nicht so einen Eindruck, weil, äh, Alicent, äh, äh, glaubt immer noch an Ehre und Anstand und, äh, äh, ist ja deswegen auch so angepisst vom Verhalten, äh, von Rhaenyras Söhnen, ne, hm, äh, da finden die sehr gut zueinander an der Stelle, ja. Ja, das, ja, mit Rhaenyras Söhnen, da, 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 da schlummert ja was ganz anderes noch in ihr, was sie da nicht so, nicht so toll findet. Sie ist auch nicht verhältlich hoch zehn, ja. Ich hätte diese Szene nicht gebraucht, weil ich finde, also, Kristen, wie gesagt, die Figur, pff, kannst du, kannst du sowieso vergessen und sein, sein Frust und sein Ärger wird halt auch später noch deutlich, dass das wirklich eine Szene ist, wo ich sag, nee, danke. Gut, aber wir haben hier wieder eine schöne Überleitung von Ehre und Anstand, äh, nämlich, dass, äh, ihr eigener Sohn auch nicht unbedingt das damit so ernst nimmt, denn der steht. Dom, genau. Mach du doch, mach du doch, leite du doch die Szene ein. Er macht den Homelander. Ja, er macht den Homelander. In Spoilern. Er macht den Vergleich. Spoiler für The Boys. Ähm, äh, Aegon, äh, den wir ja vorhin noch in der Drachengrube gesehen haben, steht, äh, wie Gott ihn schuf, äh, äh, im Fenster, ich glaub, es, es ist so ein ähnliches Fenster, aus dem, äh, 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 Tommen Baratheon sich gestürzt hat, ne? Mhm. Ähm, also, diesen, diesen Fenstern bleibt mir nichts erspart, was da, äh, drunter klebt, will man auch nicht wissen. Und, äh, ja, machen wir's kurz, er wedelt sich einen von der Palme. Vielleicht, vielleicht war's dasselbe Fenster. Vielleicht war's dasselbe Fenster. Vielleicht, ja. Also, es ist nicht zum ersten Mal kündigliche DNA auf die Straße von Königsmund geklatscht. Ja, und dann, dann, dann kommt die Mutter rein. Dann kommt Mutti rein und, äh, erwischt ihn dabei und ist überhaupt nicht überrascht, er ist einfach nur erschrocken. Aber ich denke mal, die hat ihn auch nicht zum ersten Mal dabei erwischt, wie er sich da selber vergenusswurzelt. Äh, also, ich sag mal so, ist sie jetzt vielleicht auch nicht die unauffälligste Art, um das zu machen? Also, ich, ja, keine Ahnung. Es ist halt, ja, ich mein, sowas kann man ja auch unauffälliger machen, als sich in den Fensterrahmen zu stellen. Vielleicht ist das so ein Ding von ihm, dass er drauf steht, wenn man ihm dabei zusieht. Ja, so exhibitionistisch könnte der unterwegs sein, ne? Aber der ist auch einfach dumm irgendwie, hab ich den Eindruck. Ja, er ist halt, er ist halt auch noch jung, ne? Er ist auch noch, also, Elison sagt's ja dann sehr, sehr deutlich. Und ich finde, das ist die zweite Szene, wo, äh, wo dadurch wird, dass sie, ja, sie ist nie so wirklich geeignet als Mutter. Weil es eigentlich, sie reproduziert halt genau die Gedanken, die ja auch von ihrem Vater eingepflanzt worden sind. Und denk an die Zukunft. Also, sie pflanzt dieselben Gedanken in ihn ein, die sie auch bekommen hat. Wenn Rhaenyra an die Macht kommt, so meint sie eben, ist Aegons Leben in Gefahr. Und, ja, Otto Hightower wird, äh, ernten, was er gesät hat, ne? Genau, und sie rüttelt ihn ja wirklich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein paar Raben nach Königsmund schickt und da vielleicht auch noch der ein oder andere, ja, wohlüberlegte Satzrichtung Alicent, äh, drin geschrieben steht. Also, er wird, Otto hat hundertprozentig nicht nur in Alsace gesessen und, und Däumchen gedreht, sondern der wird da noch hier und da, glaube ich, ein bisschen geschaltet und gewaltet haben, insofern es ihm möglich war. Ja, insbesondere nachdem Alicent sich ja, äh, äh, also ich meine, sie, sie hat sich ja irgendwie auch, äh, dann im Nachhinein über dieses grüne Kleid, äh, auch wieder stark mit ihrem Haus identifiziert und solidarisiert, ne? Und deshalb wird sie wahrscheinlich auch dann, äh, Regenbriefverkehr mit ihrem Vater gehalten haben. Jedenfalls, äh, stellt sie, äh, ihren Sohn hier zur Rede. Sie, äh, äh, ähm, trichtert ihm dann wiederum aber ein, ja, irgendwas muss dann Rhaenyras oder Jakeres Thronanspruch an, äh, fechten und das bist du. Du bist die Anfechtung in Fleisch und Blut und alle hier im Reich wissen, dass du eigentlich der rechtmäßige Thronfolger und Erbe bist, ne? Da zeigt sich ein Muster, ne? Also, ne, um, ne Mutter, die ihren total verzogenen Bengel dafür sich einspürt und der ihr dann wahrscheinlich aus den Fingern gleitet, da erkenne ich Parallelen zu Joffrey und Cersei so ein bisschen. Ja, ja. Ja, ich würde gerne mal, äh, 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 weitergehen. Ja, klar. Ist ein völliger Ortswechsel. Richtig. Zu einer Figur, die dieses, äh, Folge zum ersten Mal auftaucht, nämlich Damon Targaryen gemeinsam mit Elena Targaryen in einer Drachenflugszene. In einer, also, es ist ein Showfliegen. Also, wirklich, um ein bisschen Eindruck zu schinden, nochmal, wie wir dann später ein bisschen erfahren, sind wir in Pentos. Das kann man gut in die Trailer packen, ne? Genau. Und, wie gesagt, und, ja, ja, also, das CGI dann so ein bisschen, ah. Ich hab sie lieber bei Nacht. Aber wir sehen, äh, ja gut, die Drachen bei Targaryen sind ein bisschen, ein bisschen, äh, gewöhnungsbedürftig. Äh, Damon of Caraxes und seine, äh, Frau Lena, äh, Velaryon, wie wir dann, äh, ja, im weiteren Verlauf erfahren, die, äh, reitet auf Varga. Und das ist nicht nur irgendein Drache, das ist ein legendärer Drache. Das ist, zum einen ist es eine Sie und zum anderen ist es einer von den drei Drachen, mit denen Aegon, der Oberer, äh, die, äh, sieben Königslande erobert hat. Also, der letzte, der drei. Genau, seine, seine, äh, Schwester, Gemahlin Visenya hat, äh, glaube ich, Varga geritten. Das erwähnt auch, äh, Arya, als sie hier den Mund schenkt macht, in, äh, bei, hier bei Tywin Lannister auf Harrenhal. Äh, dass sie davon fasziniert ist, ne? Ja. Du hast gesagt, Lena und Damon. Äh, ich hab, da ist auch natürlich ein kleiner Sprung drin. Wir sehen sie am Ende der letzten Folge, haben wir sie tanzen gesehen und so ein bisschen, ja, anbatteln. Aber ganz, ich fand's noch sehr zurückhaltend und ich hatte Lena im Kopf noch ganz woanders verbucht, äh, denn es gibt in Folge 4 eine Szene, wo davon gesprochen wird, dass Corlys mit dem, mit einem, äh, mit dem Seeherrn oder mit irgendjemandem aus Braavos, äh, da in Verhandlungen oder in Gesprächen ist, dass er vielleicht Lena verheiratet. Und da hatte ich sie auch so ein bisschen, äh, verortet. Aber nein, wir sehen sie jetzt hier mit Damon Tagarian, äh, wieder. Ich weiß nicht, Dom, hattest du dazu noch irgendwas? Äh, ja, eigentlich jetzt nur relativ am Rande. Also, äh, die ist wohl mit einem der Seeherren von Braavos, äh, verlobt worden. Aber, äh, der ist verstorben, bevor die Ehe geschlossen werden konnte. Und Damon hatte wohl da auch so seine, seine Finger im Spiel, äh, und, äh, hat sie dann zwischenzeitlich geehelicht. Ähm, ja, ich mein, gut, ist ein Sprung von zehn Jahren, aber, ja, also. Auf den kann man viel schieben. Ja, ich muss sagen, das hätte man aber schon, also, ich meine, die schienen sich ja erst irgendwie da kennenzulernen bei dem Tanz. Und ja, äh, der war irgendwie, also, die haben sich schon gegenseitig bezirzt, aber dass sie dann jetzt zehn Jahre später so einfach miteinander verheiratet sind oder auch noch mehrere Kinder haben, das ist vielleicht etwas ... Ja, auch nicht so, also, die ja auch nicht so jung mehr sind. Also, das sind ja auch, die sind ja auch so alt ungefähr vielleicht wie Ben-Lyra's Kinder. Also, es hat dann nicht lange gedauert, bis nach dem Hochzeitsfest da sich was angewandelt hat. Äh, wir sind hier aber gar nicht, äh, hast du das schon erwähnt, wir sind hier überhaupt nicht in Westeros, ne? Nö, wir sind in Pentos. Wir sind in Pentos, genau. Genau, richtig. Da ist nämlich noch ein Herr, der Prinz Regius, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch genannt ist. Ja, ganz, ganz komischer Name. Ja, ja. Der, äh, den beiden da etwas Geschäftliches unterbreiten möchte und Lena eiskalt sagt, ja, hier, wenn ihr die, wenn ihr meine Tochter heiraten wollt, dann sagt's gleich ohne Großgeschichtsstunde. Das ist so, damn, okay. Ja, 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 ja. Äh, und der möchte aber eigentlich was anderes, äh, der möchte denen nämlich eine Heimatstätte in Pentos anbieten, das Haus und Ländereien und so weiter, denn, ähm, die Stadt Lys und auch die Alliierten der Triarchie, die uns ja vielleicht bekannt vorkommt aus den ersten Folgen, mhm, die wir in dem, ja, eher mau aufgelösten Crapfeeder-Handlungsstrang ja schon vorgestellt bekommen haben, die Gewinn hier wieder anmacht und machen eben gemeinsame Sache mit Corrin Martell aus Dorne. Ja, genau. Und, ja, die sollen halt helfen, wie, wie, äh, ihr Vorfahre Aegon und, äh, ja, äh, der, der bringt das wirklich besonders subtil vor, ne? Wir sehen hier jetzt viele Szenen dort in diesem, oder auch später noch in dem, in dem Anwesen dort, ähm, Torben, wie gefällt dir denn Damon in dieser Folge? Ich war erstmal so ein bisschen frustriert, dass wirklich mit den, also, dass die Umdichtung, die wir letzte Folge ja hatten mit Raya, Royce und so, das ist völlig, also, es ist völlig, hätte man das letzte Folge erwähnt oder nicht, es ist nichtig in dieser Folge. Äh, ich finde es dann ein bisschen kritisch, warum muss man das dann, also, es war nicht irgendwas, es war schließlich ein Mord, den er begeht, warum, warum muss man das so einbauen? Aber wie, wie hat dir vielleicht mit Hinblick darauf oder auch eben jetzt auf diese Folge Damon gefallen? Ich fand's eher beachtlich, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, was dann im grünen Teil passiert ist oder was es für Folgen hatte, weil eigentlich versucht ja Damon, das sagt er ja auch in letzter Episode, seinen Anspruch auf Runenstein geltend zu machen, aber die Lady, äh, die, die Erben von Runenstein kommen dem nicht nach, er wird sogar rausgeschmissen. Und, dass das jetzt hier mit keinem Ding erwähnt wird in irgendeiner Form, sogar der, der, die wieder erstarkte Triarchie nochmal eine Rolle spielt, hat mich sehr überrascht. Also, dieses Ärgernis mit den Trittsteinen, die sind tatsächlich immer mal wieder ein Thema. Es hat mich erwähnt, es hat mich gewundert, dass die nochmal hier erwähnt werden oder dass es jetzt wieder einen Krieg innerhalb dieser Serie gibt. Äh, äh, gibt. Und dann hatte ich noch einen leichten Flashback gehabt beim Thema Pentos. Ein reicher Kaufmann bietet den Targaryen in den Worten. Ja, ja. Da tun sich, ähm, also Nachtigall, ich hör dich trafst. Oder Illyrium Mopatis. Spiegel zu Illyrium Mopatis. Genau, ja. Ja, Illyrium Mopatis ist aber auch so eine Figur aus den Büchern, äh, die dann ja in der Serie, äh, also das, das geht ja in eine Richtung dann, äh, 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 in, in den Büchern, die ja aus der, aus der, aus der Serie völlig rausgreifen. Ja, leider. Also, eigentlich ein spannender Charakter in den Büchern zumindest. Oh, ein sehr spannender Charakter. Ein bisschen zwielichtiger auch. Und Dämon, finde ich, hier sehr zurückgenommen. Man, man merkt, du hast hier so einen ziemlich bitteren Charakter auch, der nicht mehr der Draufgänger ist im Moment, den wir halt in den ersten fünf Folgen gesehen haben. Und Lena sagt ja zu ihm auch, du bist vom Leben enttäuscht. Also, er wirkt auch ein bisschen ... Er wirkt resigniert irgendwie. Ja, ja, ja. Weil er zu ihr auch später sagt, äh, hier, weil, weil sie immer kommt, ey, wir sind valyrig. Wir haben, also, sie ist ja wirklich, sie kommt da mit der vollen, vollen, äh, Valyria-Keule und er sagt, Valyria is gone, we don't belong anywhere. Genau, genau. Also, das ist wieder ein, wie ich finde, ein komplett anderer Daemon, als wir ihn in letzter Folge gesehen haben. Zehn Jahre. Ja, natürlich, aber warum zieht er das dann in letzter Folge? Wahrscheinlich, weil sie ihm irgendwas zu tun geben wollten. Warum zieht es denn in letzter Folge so auf? Ähm, ja, das letzte Folge ... Also, das für sich genommen fand ich das ja letzte Folge nicht, nicht, äh ... Also, es waren ja stark inszenierte Szenen, vor allem der Anfang mit ihm. Ähm, und es hat natürlich insofern bewandt, dass er ja dadurch dann auch wieder auf den Markt kam und dann die Möglichkeit hatte, Lena Velaryon, äh, zu heiraten. Weil er seine erste Frau, äh, dahingeschieden war, offiziell. Und man konnte ihm ja auch nichts nachweisen. Was ist denn mit, mit der anderen, äh, mit der anderen, mit Mysaria? Ja, von der hören wir gar nicht. Gibt's die noch? Also, die wird irgendwie komplett. Also, ich weiß nicht, in Folge 3 war sie zum letzten Mal da. Ach nee, in Folge 4, nachdem, äh, nach Daemons Nacht mit Rhaenyra steht sie da mal kurz da. Äh, okay. Ansonsten war sie nur in Folge 1 und 2 und ist ja eigentlich ... Ja gut, ist eine Prostituierte, aber, äh, ich will hoffen, dass Sonoya Misuno noch mal auftauchen darf. Ähm, aber hier ... Das ist noch weniger als eine Randnotiz. Ja, ja, also, also, hier taucht sie nicht mal irgendwie ... Also, sie wird auch nicht erwähnt. Gar nichts? Nee. Ich muss dazugehen, ich hatte sie bis gerade eben wirklich vergessen, obwohl ich die Schauspielerin sehr gerne mag. Ähm, äh, auf jeden Fall, äh, äh, Lena, also, Damon will ja irgendwie nichts hören. Und, und will vor allem irgendwie auch seine Ruhe haben von dem ganzen höfischen Geschacher. Also, um Titel und, und Erbfolgen und alles Mögliche. Und Lena, äh, meint halt von wegen, ja, hier, also, du, du willst hier bleiben, die wollen uns hier doch nur ausnutzen wegen unserer Drachen. Und, äh, man hört auch raus, sie hat Heimweh. Sie will zurück in, in die Heimstätte ihrer Jugend. Sie dann ja auch noch. Sie will zurück nach, nach Driffmark. Ihre Tochter soll so aufwachsen wie sie. Und, was dann auch wichtig ist in dieser Folge, sie will, äh, also, sie, sie will ja nicht irgendwie mit faul und fett sterben, sondern sie will sterben wie eine Drachenreiterin, die sie ja nun mal ist, ne? Ja. Ja, wie, ja, also, wirklich ein, 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 ein toller weiblicher Charakter, der sich nicht verstecken muss. Äh, und auch, was ich auch beobachtet habe, eine Frau, die sich mit Damon anlegt. Ja. Ich weiß nicht, also, wundert ihr auch vielleicht ein bisschen, weil wir ja mit, äh, Raya Royce und auch mit Rhaenuras Anwandlung so schon gesehen haben, wie Damon reagieren kann, wenn er mit, äh, mit den. Resoluten Frauen aneinander. Wenn er so, also, ja, von Laina hätte ich, ehrlich gesagt, hätte ich noch mehr gesehen, wie vom Rest der Valerians, die man hier wieder mal komplett ausblendet. Corlys, Rhaenus, sind sie noch am Leben? Ja, wer, wer, wer weiß. Ach, die sind immer auf Driffmark und chillen. Äh, was ich, was ich sehr amüsant finde, und da kann die, äh, also, die, ähm, hier, die, das, äh, die, die kindliche Laina Velaryon, die hat hier eine fürchterliche Perücke. Ähm. Oh, ja. Und, ja, die ertrinkt den Haaren, glaube ich. Und die hier, äh, sieht ein bisschen besser aus, aber es tut mir leid, also, da kann die Schauspieler nichts für, aber die heißt mit Namen, also, die heißt mit Namen Nanna Blondel. Ja. Das fand ich irgendwie sehr amüsant. Aber, ja, gut, äh, ja, ich, ich, ich mochte die auch tatsächlich sehr gerne und, äh, ja, gut, wir haben ja nicht mehr so viel von ihr gehabt, aber das kommt dann später. Richtig, bevor wir dazu kommen, springen wir nochmal nach Königsmund. Ich muss auch sagen, also, es sind wirklich, in dieser Folge ging es hintereinander weg und es sind so viele kleine Szenen, wo irgendwas passiert ist, äh, und jetzt sind wir wieder in Königsmund, wo Aegon ordentlich eine Strohpuppe zerkloppt. Also, so ein bisschen Übung, Kraut ist da als Lehrer tätig, yay, ähm, Viserys und Lionel, also die Hand, betrachten das Ganze von oben und Aegon hat also genug von seiner Strohpuppe und beide Kinder von Viserys treten gegen Kraut als, ja, Lehrer an und Kraut macht sie beide fertig. Ja, ist euch, ähm, wenn ich das kurz, äh, reinwerfen darf, ist euch aufgefallen, was sie für Kleidung tragen? Also, Aegon und Aemond tragen grün und Rhaenyras Söhne schwarz und rot. Ach was. Also, auch schon foreboding für die Schwarzen und die Grünen, ne? Ich meine, das Ganze, also das Ganze, auch wie sie sich dann gegenseitig kabbeln, ist ja auch schon ein, eine frühe Verbildlichung des Erbstreits. Ja, ja, es ist sehr viel Foreshadowing an der Stelle, ne? Fand ich, fand ich aber so gelungen, vor allem, äh, bringt das auch zum Ausdruck, äh, auch unter dem, äh, gerade halt in dieser Folge, die eben diesen Titel hier trägt, äh, Und, äh, dieser Konflikt, der wird weitergetragen an die Kindergeneration. Und das war ja auch schon in Game of Thrones so, also, das ist ja, das ist ja Motiv irgendwo, was sich dann jetzt hier auch wiederholt. Äh, fand ich eine, eine tolle Szene, vor allem, äh, auch so dieses, dieses Machtgefälle auf dem Platz da zwischen, äh, Kristen Cole und, äh, Sir Harwin, der ja auch dort steht. Ja. Äh, und dann auch mal dazwischen geht. Ja, weil Cole auch kein guter Kampflehrer ist. Nee, überhaupt nicht. Wie sagt er, Harwin, zu ihm, äh, äh, das ist eure Herangehensweise, ihr lehrt Grausamkeit gegenüber den Schwächeren oder so? Ja, der stellt auf jeden Fall, äh, also der, der, ja gut, ich, ich mein, also der, der macht die Jungs ja auch irgendwie zu seinen Spielbällen, Kristen Cole, irgendwie auch schon wirklich fast bösartig, weil der lässt Jäckeres gegen Aegon antreten und Jäckeres ist halt deutlich jünger und auch kleiner und da ist es dann so lapidar, ach ja, der Älteste gegen den Ältesten passt. Ja, ja. Und auf dem Schlachtfeld ist, 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 ist das auch nicht immer fair, also jetzt, äh, Round One Fight und, äh, 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 interessant finde ich Sir Harwin, also da merkt man halt wirklich, der ist eigentlich der Vater von den, von den beiden dunkelhaarigen Jungs und der steht da wirklich wie so ein, wie so ein Vater, der dann irgendwie, weißt du, als, 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 als wenn das so ein Vater ist, der seinen Kindern beim Fußballtraining zuguckt und sich da mit dem, mit dem Fußballtrainer anlegt. Ja, so eine Situation war das irgendwie. Ja, es kommt dann auch zur direkten Konfrontation von Sir Harwin und Crowd, weil Sir Harwin eben ihn damit konfrontiert, wie er die, äh, wie er sie behandelt oder was seine, was seine Fähigkeiten da sind beim, beim Lehren und da, Ja, der, der stachelt die auf, der stachelt die gegeneinander auf, der, also der, Jäckeres, der liegt auf dem Boden und, und, äh, Kristen, äh, Egon, ja, immer weiter drauf, ne, der liegt schon auf dem Boden, ey, und dann, Alter, also, wie, 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 wie verkommen ist der Typ eigentlich inzwischen? Es war ja auch, ich glaube sogar, wie Sir Harwin hat von oben gerufen, Egon, also selbst der, der da oben saß, hat dann gemeint, ey, jetzt muss ich aber mal rufen hier. Ja. Vor allem, weil er ist total begeistert von dem Kampf, von wegen, ja, 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 hier, die, die lernen, äh, hier Waffenbrüder zu sein und gemeinsam und so weiter, ne, und dann kippt das aber, ja. Genau, und dann holt Kristen die, der auch, ach, es ist wieder, bei ihm ist es auch wieder so ein persönliches Ding, der fühlt sich provoziert, der fühlt sich nicht, ich weiß es nicht, ich, oh, nee, eigentlich, ich möchte gar nicht groß über ihn reden. Ähm, und jedenfalls, ah, warum, 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 warum seid ihr denn mit so einer Hingabe dabei, ähm, für die, bei den beiden, bei den beiden, äh, Jungs, äh, das macht man ja eigentlich so sonst nur, redet dann noch so drumrum und dann, ja, zum Beispiel bei Söhnen, so, und dann bei dem, bei dem, bei dem, und klackt's bei Harwin um und die Faust landet in Krauts Gesicht. Fandest du bestimmt eine sehr schöne Szene? Ich verurteile jegliche Gewalt, ähm, aber ich schweige mal dazu. In dieser Serie, ja, äh, war auch irgendwo eine Spiegelung, ne, von der letzten Folge. Aber da sind die, die machen dann natürlich schnell zur Seite, ne, wenn aber, ja, gut, das, das war aber auch eine andere Situation, also, ich hab die Fünfte. Ja, auch viel übersichtlicher. Ja, also, ich, ich hab nämlich die fünfte Folge nochmal gesehen und das ist, das ist wirklich totales Chaos. Man weiß ja wirklich, also, sowohl der Zuschauer, äh, als auch, äh, die, die drumherum, äh, an den Seiten, die wissen überhaupt nicht, was abgeht, ne? Ja? Also, so im Nachhinein fand ich das gar nicht mal so, also, so vom Writing her war es schwierig, aber die Inszenierung ist da nicht dran schuld. Oder, äh, Torben, wie, wie hast du das so gesehen letzte Woche? Ähm, ja, doch, das war vom Inszenierten her war es eigentlich ganz cool, dass da auf einmal ein Tumult ausbricht und du gar nicht weißt, was da abgeht und wer da gerade gegen wen ist. Äh, das war hier natürlich ein bisschen klarer, auch wenn, ich hab ja letzte Woche Christon Kraft als den dümmsten Ritter von Westeros bezeichnet, auch ganz offiziell, das hab ich heute auch schon gemacht, wie schnell ihm da die Sicherung durchbrennen und er sich außer mit Gewalt gar nicht anders zu helfen weiß. Das ist hier mit Harbin Kraft ähnlich. Es hat mich dann gewundert, dass ihm dann, dass er Kraut hier die Fresse poliert hat. Zwar verdient, dem hab ich's gegönnt, weil der fast schon eine Arroganz teilweise wie ein, wie eine Light-Version von Jamie Lannis da an den Tag legt, so ein bisschen. Also, er glaubt, er kann sich alles erlauben. Ja. Und, ähm, da, also, da war ich schon ein bisschen, Erstaunt, dass Kraft dann hier so die, dem, ja, die Lunte durchbrennt, so schnell. Der wird seinem Namen gerecht, ne? Ähm. Ja, ich meine, gut, er ist ja bei den Goldrücken, ne? Und wir haben ja in der ersten Folge gesehen, dass die nicht lang fackeln. Ja. Und, ja, also, er wird der Knochenbrecher genannt, nicht ohne Grund. Also, er wird dann Konflikte nicht bei einer Tasse Tee und bei einer Diskussion beilegen. Nee. Ja, äh, wir sehen auch seinen Vater die ganze Zeit so neben Viserys stehen und, ja, er guckt auch so mehr angespannt. Geschämt. Ja, und das entlädt sich ja dann auch in der nächsten Szene, zu der ich springen würde. Genau. Wo Rhaenyra zunächst mit ihrem Kind gezeigt wird, wie sie sich da, ja, wie sie sich ein bisschen darum kümmert und dann aber wegen des Vorfalls im Hof doch gerufen wird. Mhm. Und da wird's dann auch, sag ich mal, also, wer es jetzt noch nicht verstanden hat mit den, mit den unterschiedlichen Haarfarben und mit den, mit der Anspielungen von Alicent und Kraut, hier wird's dann offen ausgesprochen. Auch wenn, äh, Harwin da natürlich das immer noch als Gerücht zurückweist. Ja. Denn, äh, also, äh, Lionel Strong wird da ganz grundsätzlich und sagt hier, die, 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 die Intimität zwischen ihm und Rhaenyra, die bringt Schande über das Haus. Äh, äh, und, ja. Ja, und die könnte eigentlich, du, du, äh, stolzierst hier rum und denkst, du kannst dir alles erlauben und im Grunde ist es eigentlich nur die Blindheit des Königs, die dich davor bewahrt, hingerichtet zu werden. Weil man darf nicht vergessen, der gehört ja auch zur Königs, äh, zur, zur, äh, zu, ah, nee, nee, der gehört zur Stadtwache, nicht zur Königskane, ne? Ja, das käme verrat gleich, sagt er ja. Ja, es ist, er erzeugt trotzdem Bastarde. Äh, und, äh, es ist, äh, es ist wirklich, also, äh, hier, Lionel Strong, der ist richtig außer sich in der Szene. Mhm. Und, äh, Harwin nimmt das alles so auf die leichte Schulter irgendwo, ja. Ja, ich find's schön beobachtet, da, Rhaenyra bleibt ja da so ein bisschen im, im, im Dunkeln stehen, so ähnlich wie Alicent das Gespräch zwischen Otto und Riserys mal gehört hat, bleibt sie da ein bisschen im Halbschatten, also sie sehen nicht, dass sie sie belauscht und auch die Kamera, die filmt da so zwischen den Säulen hindurch, äh, wie sich da, äh, Harwin und Lionel gegenüberstehen. Ähm, ja, Geheimnissklimmerei. Und, ähm, ja, Geheimnissklimmerei und, obwohl, so viel Geheimnissklimmerei, also, sie, 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 er wird ja wirklich laut, also, sie ist ja wirklich laut zu hören. Ja, ja. Äh. Ja, das ist nicht Zimmerlautstärke. Nee, Rhaenyra zieht sich, äh, da doch lieber zurück, hatte ich das Gefühl. Ich hab mich auch gefragt, wohin wurde sie gerufen? Ähm, ich glaube, sie hat einfach nur davon erfahren. Oder sie hat nur, aber hat nicht irgendjemand gesagt, äh, sie werden verlangt wegen des Vorfalls? Äh, pff, bah. Ja, sie, sie ist, äh, nee, sie, sie wird nicht verlangt, sie hört da einfach von und dann will sie aber, glaube ich, zurück in ihre, ich sag jetzt mal Wohnung, wo sie wir dann ja auch hier sehen. Äh, da bekommt sie dann auch irgendwie von einer, äh, äh, ihrer Mägde, sag ich jetzt mal, oder, oder Hofdamen, äh, bekommt sie irgendwie so Einlagen, äh, für, also, für ihr Dekolleté und irgendwie Muttermilch, ne? Mhm, ist auch, ich, ich finde, äh, das sind so Details, die sich auch durch die Folge ziehen. Oh, ja. Ja, aber schöne Details, also, dass da an sowas gedacht wird, für mich. Ja, das sieht man ja, also, das sieht, sowas sieht man ja in anderen Serien sonst gar nicht. Dann, dann haben wir hier das nächste Schöne, äh, denn sie sitzt dort und dann hört man von weitem Gesang und jetzt, äh, äh, hands up, wer den, wer das Lied erkannt hat. Oh, ja. Es kam ein Bär drin vor, dann. Genau, genau. Erstmal zu den Boltons, wie sie da singen. Genau, sie, äh, also, äh, ums. In der dritten Staffel war das, glaube ich, kurz bevor sie Jamies, äh, nachdem sie Jamie entarmt haben. Genau, oder ent, ent, enthandelt er. Ent, 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 of a king. Ja, äh, sie singen auf jeden Fall die, äh, also, es, wir hören auf jeden Fall, wie jemand, äh, oder zwei, äh, Männerstimmen, äh, Bär und, äh, der Bär und die Jungfrau her singen. Also, das Lied, was man wirklich sehr oft gehört hat in Game of Thrones. Und dann kommen, äh, zwei Besoffene rein. Und, äh, äh, das sind niemand Geringeres als, äh, ihr, äh, also, Rhaenyras, äh, angetrauter Ehemann Lenor und ein Ritter, den er, glaube ich, irgendwie kennengelernt hat, Sir Karl Cole oder so ähnlich. Genau, Karl. Und weil er cool ist, hat er, wird er nicht mit K geschrieben, sondern mit Q. Oh, yeah. Das ist wahrscheinlich sein neuer Lustling nach dem Leben von Job. Ich habe mich gefragt, also, lebt er seine Sexualität offenbar auch offen in Königsmund aus? Oder er so ganz frivol durch die Gänge stolpert oder ist es einfach so, ja, das ist nur ein guter Freund, ein Trainer. Ja, ja. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist ähnlich wie mit Alicons Kindern, ähm, es, es ist so ein offenes Geheimnis am Hof. Wenn man auch mal überlegt hier mit, äh, äh, ich, ich hatte ja letzte Woche auch schon referiert hier mit, äh, äh, Joffrey und, und, äh, Lenor, hier Renly und, äh, Loras Türell. Da, da wusste das auch jeder am Hofe. Das, das ist so ein bisschen wie die Bild-Zeitung. Keiner liest sie, aber sie hat trotzdem Auflage, ne? Und, äh, da wird's dann wahrscheinlich auch drinstehen. Ja, jedenfalls. Ja, ja, okay. Ähm, ja, Lenor berichtet da von dem erneut aufziehenden Krieg in den Trittstein, äh, an den Trittstein. Und, also, vielleicht liegt's am Alkohol, aber ich hatte das Gefühl, er hat schon Bock. Er hat schon Bock auf eine Schlacht oder auf so ein bisschen Blutvergießen, weil ihn auch zurück zur See zu fahren, er denkt da in erster Linie an sich. Und Rhaenyra sitzt da wirklich geistert da und denkt, äh, hallo, also, wir sind hier gerade in einer Position, wo uns wirklich, sie sagt, düstere Gerüchte verfolgen. Und das geht dich und mich was an, also, ich bin da nicht, ich steck da nicht alleine drin und ich seh das so ein bisschen, also, mir ist das gerade präsenter als dir wahrscheinlich. Und, ja, Lenor sehnt sich halt danach, jetzt nach den, nach den zehn Jahren endlich das, äh, einlösen zu können, was ihn Rhaenyra am Strand versprochen hat. Und er will jetzt endlich Gänse speisen und keine Enten mehr essen. Ja, ja, ja. Äh, der hat so einiges andere schon gespeist, so über die Jahre, also, sie, sie wirft ihm ja irgendwie auch dann ein Stück weit vor, dass er ein Schnocher ist, ne, von wegen. Sie sagt's auch so ganz komisch, du hast, äh, du hast hier literweise Bier geschluckt und Gott weiß, was sonst noch. Ja, ja, ja. Also, das ist auch so ein Kommentar, wo ich mir denke, okay. Äh, was man hier aber noch zu Rhaenyra sagen muss, also, nur damit man das nicht falsch versteht. Äh, die hat ihm ja seine Zügelosigkeit und, und sein, äh, sein, äh, ausschweifenden Lebensstil eigentlich nie vergönnt oder so. Äh, weil das... Nö, das hatten die ja abgemacht. Genau, genau. Also, bei Bühnen in Scheinhehe, du machst dein Ding, ich mach meins. Ja, aber sie kann das jetzt nicht gebrauchen, weil sie wirklich das Gefühl hat, äh, so langsam wird es ungemütlich hier für, äh, äh, für unsere Familie. Was sich nämlich auch als klares Motiv durch diese ganze Folge zieht und was man auch immer wieder, äh, äh, einfach auch verbildlicht bekommt. Indem man ständig sie oder Alicent in den Gängen zeigt. Äh, äh, beide, sowohl Königin als auch, äh, Prinzessin haben das Gefühl, dass über sie getuschelt wird, ohne Unterlass in den Gängen. Ne, ne? Ja. Äh, und dass, dass sich da, äh, äh, böswillige Gerüchte verbreiten und sie, ja, sie hat wirklich schon, sie hat fast schon wirklich Angst. Und vor allem hat sie natürlich auch Angst um ihre Familie, weil wenn das rauskommt, dass sie da Bastarde gezeugt hat, dann ist es aus mit ihrem Thronanspruch, den eh keiner so wirklich voll nimmt, ne? Ja, ich finde in dieser Szene kam nochmal, wurde mir nochmal deutlich, wie gern ich doch auch noch mehr von den zehn Jahren vielleicht gesehen hätte, die zwischendrin passiert sind. Oder besonders gerne nochmal am Ende der letzten Folge irgendwie eingestiegen wäre oder geguckt hätte, wie sich da die Figuren, was das genau für Auswirkungen auf die Figuren gehabt hätte. auf so, ja, einfach so auf einzelne Aspekte von Figuren, aber das ist nicht, äh, die Serie, die hier, äh, gezeigt wird. Wie gesagt, wir haben den Bruch mit der Hälfte der Staffel und Rhaenyra wird da am Ende des Gesprächs auch ganz deutlich und befiehlt ihm, dass er an ihrer Seite bleiben muss. Ja, als Ohnerbin, als, als Prinzessin, ja. Ja, wir springen noch einmal nach Pentos, wo, es gibt eine kleine Szene zwischen, äh, genau, zwischen der, der, der Tochter dessen, deren Namen ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm habe. Es ist die zweitgeborene Tochter von Damon und Lena. Mhm, ich hab den Namen auch nicht, also. Also, versucht da vergeblich, dass ihr Drache schlüpft, wie sie da das Ei ans Feuer hält. Ja. Äh, und auch das Gespräch, was sich da anschließt, finde ich auch, ha, wie das Feuer erwärmend. Und da wird eigentlich nur deutlich, ja, dass Damon jetzt nicht so ein Draht zu Kindern oder zu seinen Töchtern überhaupt hat. Er sagt, sie sagt ja selbst, er ignoriert sie und ja, er ist da gar nicht dran. Der ist, man kann sich auch nicht vorstellen, dass der ein Familienmensch ist. Was noch ganz schön ist, also, wie, wie sie halt ihre Tochter tröstet, als sie dann, also, er sagt sie ja irgendwie, ja, äh, nur weil du jetzt einen Drachenei hast, also, die Hälfte von denen schafft es gar nicht zu schlüpfen. Und, äh, die, die, also, ihre Tochter ist halt wirklich traurig, dass sie halt irgendwie gefühlt die Einzige ist ohne Drachen. Und dann sagt Lena, ja, ja, ich hatte auch noch kein Missig irgendwie 15 Bar oder so, ne, also, die hat ja auch nur in die Familie eingeheiratet, das darf man auch nicht vergessen, ne. So, und dann geht's. Also, die Velaryons hatten ja keine Drachen, ja. Dann geht Lena weiter, äh, und besucht nochmal Damon oder schaut nochmal bei Damon vorbei, der, der des Nachts auf dem Dach ungefähr oder auf so einem Stück Mauer sitzt, äh, und da berichtet sie erst von so einem Brief von Laenor, die immer im Briefkontakt stehen, der von der Geburt seines neuen Sohnes schreibt. Und Damon fragt dann halt auch gleich, ob er ganz zufälligerweise vielleicht auch diese, diese optische Ähnlichkeit mit dem Kommandanten der Stadtwache hat. Also, es ist nicht nur ein Geheimnis, was ich, also, ein offenes Geheimnis oder eine, ein Gerücht, was sich innerhalb der Mauer hält, natürlich auch da bekannt ist. Und dann geht's mal, dann gibt's mal ein Gespräch und das fand ich immer toll, da ging's mal nicht unbedingt um die Erbfolge, sondern es verdeutlicht nur nochmal das, was, äh, zwischen Damon und Lena auch schon am Anfang der Folge so ein bisschen verpasst. Also, es geht nochmal um die Heimat, es geht nochmal um das, dass ich, dass das Einzige, was er vermisst, der Wein aus Westeros ist, ja. Und das fand ich einfach schön, dass man mal ein anderes Gesprächsthema hatte, weil, ach, ich bin ehrlich, also so, klar, so interessantes Ränkespiel auch so immer ist, es fühlt sich halt auch irgendwann repetitiv an. Oder auch diese Verwechslung mit den, oder das, mit der Haarfarbe und mit dem, mit dem Inzest, oder mit dem, äh, nicht mit dem Inzest, aber, ja, das auch, aber mit den, äh, das ist, das ist nicht der richtige Vater, sondern das ist nur so ein, ein Trugspiegel. Das ist halt auch alles schon bekannt und da würde ich über jenes hin dankbar, die sich mal nicht um irgendeine Erbfolge oder um das Throngeplapper an sich dreht. Und, äh, was ich noch ganz schön fand, wieder auch im Hinblick auf Lenas Charakter, äh, die ist ja trotzdem, die wirkt ja trotzdem nicht unglücklich und die sagt ja auch, sie hat irgendwie Frieden gefunden mit dem, was sie hat, ne. Äh, die hat sich wahrscheinlich auch nie träumen lassen, dass sie mal Drachenreiterin wird, ne. Ja, wir sehen sie dann noch einmal wieder. Aber bevor es dazu kommt, sind wir mal wieder im kleinen Rat. Ja, das habe ich schon sehr lange nicht mehr gesagt. Ja, mit Augensteinen. Ja, richtig. Äh, da fallen auch, also, diese Szene im kleinen Rat war auch irgendwie absurd. Ich hab auch nicht ganz geguckt, wer alles, äh, wer alles da drin saß. Es fallen dann so, es geht auch erst um so eine Sache, ähm, es fallen mal so Begriffe wie Riverrun und, äh, Haus Tully, die wir ja auch aus Game of Thrones kennen. Ja, es geht da förmlich um so einen Nachbarschaftsstreit, dass irgendwie, äh, das, das Haus Bracken und das Haus Schwarzhain, beziehungsweise Blackwood, äh, wo ja dieser kleine, äh. Dieser kleine Junge, ja. Genau, wo der her war. Ja, ja, weil der auch erwachsen sein muss. Wahrscheinlich, ja, wer weiß, vielleicht ist das ja sogar. Ja, das wär lustig. Ja, da, 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 da geht's irgendwie darum, dass, ich glaub, die haben da irgendwie Grenzsteine versetzt und dann irgendwie ihre Pferde da grasen lassen oder so ähnlich. Ja, es ist eine totale, also, pff, ist so. Total, total belanglos eigentlich, aber ja, ja, trotzdem. Es ist Pille-Palle, aber angesichts dessen, was für eine Blutfede da herrscht zwischen den beiden Häusern, es ist dann. Ja, es ist halt noch, es ist halt noch mal diese Absurdität dieser Welt, ja. Ja. Und dann, und dann kommt das Dauerthema zu Wort, was Viserys auch nicht mehr hören kann. Es ist schon wieder irgendwas an den Trittsteinen und das, ähm, hier ist auch eine schöne, ironische Spitze, denn da sitzt irgendwie dieser Lord Beesbury. Ja, herrlich. Äh, und der scheint irgendwie, also der, der kriegt auch nicht mit, dass das Thema irgendwie gewichselt wurde. Ja, ja, der fängt dann noch an. Ja, also, wenn die, also der redet auch über das vorangegangene Thema und dann nur der. Ja, genau. Der Mäste, glaub ich, neben ihm, äh, wir sind weiter herrlich. Die Säle, das fand ich schön. Ja, äh, ja, also Viserys hat's wirklich satt. Also, man gibt uns diese ordentlich Ruhe, also, aber er hat sich auch die letzten Jahrzehnte nicht wirklich drum geschert. Und passiert ist ihm ja auch wirklich eigentlich nix, was ihn jetzt unmittelbar beeinflusst hat. Bis auf, dass, äh, Damon damals mit einer Krone zurückkam. Aber es, 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 es nervt ihn. Ja, sie, sie erwähnen ja auch, dass sie, ähm, also, sie hatten ja auch gehofft, dass sie das irgendwie mit der Triarchie zumindest ein bisschen in Schach halten können. Äh, wir erfahren, dass sie irgendwie Verhandlungen mit Sonnensperr führen, also mit Dorne. Und Rhaenyra, äh, legt dann aber eigentlich... Rhaenyra ist da die Opposition. Die sagt, das hätte viel mehr getan werden müssen. Ja, es hat so, hat so wirklich was vom Bundeskabinett gehabt, so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, also von wegen, ja, wir hätten das befestigen und sichern und, und unsere Lage da, da sicherstellen sollen. Und, äh, wer legt sich damit ihr an, Alicent? Richtig, ah, richtig süffisant. Richtig mit diesen kleinen Gesten und mit diesen kleinen Blicken, wie sie da, aha. Aha, und die sind richtig auch, ah, also diese Szene, die ja dann, die Diskussion um Driftmarkt, äh, um Driftmarkt, um die Trittsteine, die bleibt ja, ich nenn's mal, ergebnisoffen. Mhm. Die, das wird dann so ein bisschen aufgelöst oder zumindest soll dann die Sitzung enden, aber, äh, Rhaenyra ergreift da das Wort und dann entsteht dieses wunderbare Bild, alle Männer bleiben sitzen und dann stehen sich Prinzessin und Königin gegenüber und sprechen offen und direkt miteinander. Wie hat dir diese Konfrontation nochmal wirklich sehr, offensichtliche Konfrontation zwischen Rhaenyra und Alicent gefallen? Es war sehr gut, diese ganzen, ja, wichtigen Herren absolut mal in, äh, kleinlaut zu erleben, wenn die beiden Mädels sich hier, äh, indirekt schon, schon bekämpfen. Ich hatte da so ein bisschen, ein bisschen Flashbacks innerlich gehabt, als, äh, als Freund älterer Sagen und Mythen hatte ich, äh, schon fast ein bisschen Nibelungen-Vibes hier zu den Königigenstreit zu Siegfrieds Gemahlin Kremhild und Brünhild, die ja auch in, in der Sage erbitterte Feinde sind. Und, ja, das endet auch sehr blutig, dann dieser Königinnenstreit in der Nibelungen-Sage und, ja, der Tanz der Drachen, der wirft hier schon, wirft hier schon unschöne Schatten. Aber, natürlich, in Verheißung auf das, was noch kommt, war das schon groß. Ja, das könnte eine Inspirationsquelle auch gewesen sein für George R. Martin, ne, oder vielleicht auch, der hat sich ja durchaus auch an europäischen Königshäusern bedient und, äh, vor allem auch an, äh, altenglischer Historie, etc. Also, da stecken die... Ja, wir hatten ja in der Gruppe mal kurz drüber geschwätzt, äh, wo denn welches Motiv herkommen könnte und, äh, ja, man erkennt Sachen. Man erkennt Sachen auf jeden Fall, wirklich. Ja, fand ich, fand ich eine, eine tolle Szene, vor allem, äh, ist es schön, dass das hier, äh, ein Motiv, was wir, äh, zehn Jahre vorher hatten, jetzt eigentlich umgedreht wird, weil Rhaenyra geht eigentlich auf Alison zu und sagt ihr, ja, komm, ich will, ich, ich, ich will keine Zwietracht mehr zwischen unseren Familien, äh, hier, Jakaris soll, äh, eure, eure Tochter Helena heiraten, wir, wir vereinen uns wieder im Blute und rücken wieder mehr zusammen. Ähm, und, äh, hier, dein, dein Sohn Aemond, der, äh, darf sich ein Drachenei aussuchen. Ähm, und, äh... Und der schöne, äh, Riserys Reaktion darauf, ach, ist eine gute Idee. Ja, 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 der so, ach, ja, ja, jetzt lass das doch alle wieder Freunde sein, können wir nicht mal was von, von was Erfreulichem reden? Und, ja, ne, also, man will es ihm auch gönnen, am liebsten, dass jetzt Frieden im Hause ist, aber Alicent ist schon sehr, sehr fies, also, wie kalt kann man sein zu einer ehemals besten Freundin, also, das ist schon, ja, so richtig, das ist schon echt übel. Ja, 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 wir nehmen das zur Kenntnis und wir werden es diskutieren, ja, ja, äh, ne ähnliche Ansage wie hier bei, äh, Damon da in Pentos von wegen, wir, 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 wir ziehen das vielleicht in Betracht, ja, lass uns das mal durch den Kopf gehen, ja, schönen Tag noch. Ähm, und, äh, äh, beschämend ist dann auch tatsächlich für Rhaenyra, dass ihr, äh, ihre, ihr Mutter-Dasein da dann auch einen Strich durch die Rechnung macht und da weist die Alicent dann auch ganz freundlich drauf hin, dass irgendwie, äh, Milch aus ihren Brüsten austritt, ne? Ein Detail, das, ja, dass man so nicht sehen würde bei einer Frau, die, die jetzt erst niedergekommen ist, ne, in anderen Serien und Filmen. Ja, gar nicht. Ganz, ganz toll. Also, vor allem nicht bei, äh, bei, äh, in dem Königshaus, ne? Ja, ja. Das ist schon, das, also, sowas macht diese Serie einfach aus. Ja, und das macht, also, in die, gerade in diesen, in diesen wirklich kleinen Details, da hat sie, da hat sie manchmal so einen Vorsprung gegenüber der, der Mutterserie, weil sie damit noch anders, weil sie damit anders umgeht. Oder vielleicht auch ein bewusster, auch vielleicht durch Kritik, die es an Game of Thrones gab, vielleicht noch so den Blick ein bisschen weiter eröffnet. Ja, man merkt dieser Folge an, dass die, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, die ist ja von, äh, geschrieben von, äh, Sarah Hess, also wieder einer Drehbuchautorin. Und, äh, da spürt man, also, auch wenn ihr euch jetzt so diese, diese, äh, Öffnungsszene, da mit der Geburt, äh, auch ins Gedächtnis ruft, äh, man spürt hier schon einen gewissen weiblichen Blick tatsächlich. Äh. Ja. Und ist schon, also, unabhängig davon, dass, dass dann Sapochnik auf dem Regiestur sitzt, aber, äh, finde ich tatsächlich sehr gelungen. Ja, also, zumindest deutlich besser vom Skript her, als, äh, letzte Woche, wo ja auch, äh, eine Autorin von The 100, äh, äh, das geschrieben hatte. Nee. Ist aber eine schöne Inszenierung, also durchgehend von der, von der, das, was eine Frau nun mal im Mittelalter durchweckt, wofür sie da war, also, nämlich zum Kinderkriegen bis hin zum, sehr, ja, flapsigen, äh, Lenor, der dann sagt, ja, ich hab ja mal, was du ja meintest mit dem Lanze durch die Schulter, wo du ja echt denkst, Junge, halt einfach so. Ja, das ist glücksvoll. Dann kannst du dich mitheben. Ja, ja. Was willst du da aber auch groß sagen, ne? Das, und, ähm, ja, dass das halt dann nochmal ein Thema wird und eigentlich eine sehr, eine offene Verhandlung eben nochmal hier, äh, Schwester, Freundin, komm, lass uns da Frieden schließen, oh, scheiße, jetzt ist mir hier was saupenliches an dem unangenehmsten Ort überhaupt passiert. Mhm. Also, dass das so ein bisschen dann auch die, die Stimmung kippt. Also, sehr schön durchweg gemacht, also, auf sowas nach wie vor zu achten dann. Ja, die Sitzung wird dann abgebrochen und wir sehen eine Szene zwischen Viserys und Alicent, äh, beziehungsweise es ist nur eigentlich die Einleitung, denn, äh, Lionel Strong klopft da förmlich, äh, dann an die Tür, wobei, ich glaube, Viserys sagt vorher noch den, äh, den, ja, Ausruf, we are family. Okay. Und dann muss ich an eine andere, äh, Filmreihe denken, aber ich bin, äh, wollen wir jetzt nicht reden. Und, 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 ja, ja, aber, ich meine, er sah ja, also, fehlt nicht mehr viel, dann sieht er so aus. Was, 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 was ja vor allem, äh, sehr interessant ist, äh, also, Alicent führt ihn ja erst wirklich so weg von, von der Ratssitz, von wegen, ja, der muss sich ausruhen und die hat ihn ja schon immer irgendwie bemuttert, ne, hat sie ja auch schon bei, äh, äh, J. Harris gemacht, dem, dem Vorgängerkönig. Und, ähm, was hier sehr interessant ist, äh, wie sie ihn erst irgendwie scheinbar total bemuttert und dann aber eigentlich nur da ist, um dieses Gespräch mit Lionel Kraft A, äh, äh, um dem beizuwohnen und B ist eigentlich auch zu beherrschen. Und als es dann vorbei ist, lässt sie Viserys wirklich wie so einen nassen Sack da sitzen. Ja. Also, da merkst du, der bedeutet ihr nichts mehr, ne, ob der ihr jemals wirklich was bedeutet hat, muss man auch mal so in Frage stellen, ne. Lionels Ansinn jedenfalls ist die, sein Amt als Hand des Königs niederzulegen, ihm sitzt da der Vorfall im Nacken, äh, und Viserys ist wirklich, also, da, da ist wirklich irgendwas in ihm kurz zerbrochen, er gestattet das ja dann auch nicht, ne, aber er sagt zuvor noch, euer Rat war immer weise und da musste ich auch kurz schmunzeln, weil aus Zuschauerperspektive kennen wir ihn halt eine Folge als Hand. Und, äh, er hat sich zehn Jahre gehalten. Ja, ja, das stimmt, aber es wirkt. Und der Ratschlag, den er ihm gibt, ist ja nicht mal, ist ja nicht mal dämlich, also, die paar Worte, die Lionel Kraft verliert, die sind ja eigentlich wohl gemeint und gar nicht mal, gar nicht mal blöd, also, doch, er hat sein Amt verdient auch, nach allem, was wir gesehen haben. Und dieser Impact, den Viserys da spürt, der lässt sich halt nur extrem schwer auf die, auf die ZuschauerInnen übertragen, weil wir haben halt nicht so lange. Ja, wir haben da nichts von gesehen. Aber das war auch nur, das war auch nur was ganz Kleines, denn er sagt ja dann, nein, das, äh, ich kann den Rücktritt, äh, nicht annehmen. Das liegt über unserem Haus und er kann das dann nicht so wirklich so verargumentieren. Äh, und, und das, das, äh, perfide an dieser Szene ist, Alicent, äh, steuert ja mehr oder weniger, hatte ich ja schon mal gesagt, dieses Gespräch. Und sie will Lionel Strong förmlich dazu bringen, diese Wahrheit offen auszusprechen über, über, über die Kinder von Rhaenyra, also, äh, also, damit der König halt da wirklich endgültig nicht mehr die Augen vor verschließen kann. Und meine Fresse war das hinterhältig. Ja. Es ist halt wirklich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist wirklich Papa, der hier so ein bisschen, so hat es sich angefühlt, wie Otto so im Hintergrund. Also, ich meine, Viserys redet ja auch erst gar nicht mit der, äh, von wegen, weil sie, also sie, sie stellt ihn ja die ganze Zeit zur Rede. Und Viserys sagt dann immer, ja, nee, akzeptiere ich nicht. Und hier von wegen, ja, dieser Ausraster da auf dem Trainingsplatz, der war jetzt nicht so toll, aber der wurde jetzt schon aus der Stadtwache verbannt. Das ist doch jetzt irgendwie Strafe genug und, ja, man merkt, Lionel Strong, der, der versinkt halt wirklich in Schande deswegen. Und, und. Spricht aber auch wieder für seinen guten Ruf, ne, dass, dass ihm, genau, dass ihm da Ehre sehr viel bedeutet oder auch der Ruf der Familie und dass er da dem König mehr oder weniger durch die Blume sagt, nee, komm, wir lieber verziehen wir uns hier und wir wollen eigentlich keinen unnötigen Ärger hier anstiften. Der, der ist auch echt kein schlechter Mann, Lionel Strong, wenn ihr euch erinnert an diese, diese, äh, Jagdszene, wo sie da in dem, äh, Zelt sitzen und einer nach dem anderen Viserys eigentlich nur sagt, dass er jetzt Aegon zu seinem Erben machen soll, gefälligst. Äh, auch alle wahrscheinlich manipuliert von Otto Hightower. Äh, der sagt ihm das gerade dann nicht, sondern schlägt ihm was ganz anderes vor und dabei denkt Viserys erst, ach komm, du kommst doch jetzt auch an, um mir nur immer wieder dieselbe Scheiße zu erzählen wie drei andere auch schon. Nein, eigentlich will ich euch was anderes sagen, ne? Ja, das ist ja das, was ich meine, also das, was wir von Lionel, äh, gesehen haben, ist, wie er eigentlich kluge Ratschläge gibt und eine Episode später war er dann Hand des Königs, wo ich mir denke, ja, endlich mal einer, der, endlich mal ein ehrlicher Mann im Amt der Hand. Ja, wobei, wobei die Ironie ja bei Otto Hightower war, dass er ausgerechnet für was rausgeflogen ist, wo er eigentlich mal die Wahrheit gesprochen hat. Ja, ja. Naja, jedenfalls, Viserys akzeptiert seinen Rücktritt nicht und, äh, Lionel Strong kann ihn dann aber doch irgendwie so ein bisschen weichkochen von wegen, ja, dann, wie, wie war das dann, dann stellt mich frei, weil, äh, äh, Harwin, äh, da jetzt ja aus der, äh, Königsgarde, ähm, äh, 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 aus der, äh, aus der Stadtwache ausgeschieden ist und dadurch dann natürlich auch wieder als mein Erbe eingesetzt wird, der, äh, 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 muss ja irgendwie in seine Pflichten eingeführt werden, weil der erbt ja unseren Familienbesitz von Harrenhall, ne? Mhm. Ein, äh, Ort, den wir ja auch schon gesehen haben von innen. Und, äh, Viserys sagt ja vorhin noch, dass er seine, seine Strafe ja schon erhalten hat, weil er ist nicht mehr, äh, er wurde der Stadtwache verbannt. Genau, richtig. Wo ich mir gedacht hab, ja, und warum ist Kraut noch da? Ich mein, ja. Kraut ist Königsgarde. Ja, nee. Aber Königsgarde ist eine eingeschworene Bruderschaft, die auch, äh, in Askese lebt, also, dass der noch lebt, das ist wirklich, das ist wirklich beschmeuert. Ja, Fremden. Also, da hätten sie es von mir aus mit dem Turnier auch inszenieren können, weil dieser, dieser Totschlag wirklich bei der, ich nenn's jetzt mal grünen Hochzeit, äh, macht die Serie vom Inhalt her fast schon, also nicht die, die ganze Serie, aber zumindest die Position von Herrn, äh, Kraut etwas unglaubwürdig. Und da nimmt sich die Serie leider ein bisschen die Freiheit zu viel, weil angesichts dessen für das dann, ähm, jetzt muss ich die Namen nicht durcheinander machen, äh, dass hier Herr Kraft aus der Stadtwache fliegt, da hätte auch ein, ein Herr Kraut Hochkant aus der Königsgarde fliegen müssen. Ja, also, das ist ja ein Mord, den er da begeht, förmlich, auch wenn's im Affekt war, Totschlag im Affekt ist wurscht, aber er bringt da wirklich vorsätzlich jemanden um und ihm passiert nichts. Ja, vor allem. Königin hinter oder her, aber irgendeine Konsequenz hätte... Ja, vor allem, wenn du, wenn du überlegst, äh, äh, was hier Lionel Strong, was der seinem, äh, Sohn weiß, sagt von wegen, ja, eigentlich müsstest du schon längst dem Henker überantwortet werden. Also, Kristen Cole hat im Grunde genau dieselbe Scheiße gemacht, er hat jemanden totgeprügelt. Ja, noch ein bisschen mehr. Ja, ja, und noch, ja, ja, und er hat halt, ja, er hat halt auch mit der Königin gechackert, aber, äh, äh, Prinzessin. Ja, aber es war halt auch, ja, ja, naja. Ja. Ich frag mich auch, also, dass Leynor, ich weiß auch nicht, deswegen hätt ich halt gern, was nach, direkt danach passiert ist, ob Leynor oder Corlys oder, dass die da nix, also Leynor wird ja, der war ja ziemlich betroffen, nachvollziehbarerweise, aber, naja, gut, er vielleicht war ja auch noch jung, ich weiß nicht. Ja, dieser, dieser, also, insgesamt, hast du doch schon nicht unrecht, Paul, dieser Zeitsprung, der kommt zu früh, hab ich das Gefühl. Ja, aber ich frag mich, also, es ist wahrscheinlich ganz schwierig, da irgendwann den richtigen Absprung zu finden. Ja, aber. Ich weiß nicht, also, vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, aber, wenn du auch überlegst, wenn du auch überlegst, dass das bei Damon auch dann für einen Rattenschwanz hinter sich gezogen hat, äh, mit, mit hier, äh. Vielleicht noch eine Folge, weiß ich nicht. Ja, irgendwie, das, das wirkt fast, als, als wäre das hier Folge, Folge sieben und nicht Folge sechs. Also, als, als, als hätte man irgendwas übersprungen, das ist schon, das ist, das ist eine Schwäche. Die wird die Serie auch nicht mehr los, hab ich das Gefühl. Nee, wir gehen weiter, wir sind gut in der Zeit, ähm, Alison geht, äh, dann erstmal rauf und sie geht, äh, sie ist zu Abend mit Lord Larys. Und, äh, und da hab ich dann jetzt, äh, also, ich hab's im Internet gelesen und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, äh, Larys ist natürlich nicht nur eine, also, wie Dom letzte Folge schon, eine Light-Version von Varys, sondern kombiniert halt irgendwo die Namen Varys und Littlefinger. Ja. In Larys. Ja. Ja, und bestellt sie auf Wish. Genau. Genau. Und er macht halt dann, er bekommt auch dann wirklich in der letzten Szene ja seinen, wirklich seinen Baelish-Moment. Da hab ich sofort, äh, Chaos is the Ladder. Richtig. Äh, sofort im, im Kopf. Was ich aber noch, ähm, äh, 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 erwähnen möchte, äh, also, sie, sie geht ja dann dorthin, Alison, sie geht da durch den Gang und man sieht, hinter ihr ist eine Dienerin, die ihr so verstohlen und dann so komisch grinsend hinterher schaut. Also, da wird das, also, hab ich ja gesagt, es gibt unglaublich viele Szenen in dieser Folge, wo die irgendwie durch Gänge laufen und sich beobachtet oder irgendwie hinterm Rücken schickern. Ja, sehr schön, ja, das stimmt. Na? Ja. Ist, äh, toll. Dieses Beobachten, ja, ja, das ist auch ein Motiv, ja. Äh, äh, zu, zu Laut Laris, äh, muss ich noch was korrigieren, äh, wir hatten ja, äh, der taucht ja erstmals in der dritten Folge auf bei der Jagd und wir hatten, äh, da ja, äh, gemutmaßt, oder ich hatte eigentlich dann gesagt, dass das wahrscheinlich ein Kriegsversehrter ist, äh, das ist aber mitnichten so, äh, der ist mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen, der hat einen, einen Klumpfuß. Ja, so wird er auch genannt. Richtig, genau. Okay, dann danke für die, für die Richtigstellung hier. Die unterhalten sich über die Geschehnisse und, ja, Laris ist da schon ganz offen, also, gegen seinen Vater und sagt auch, dass sein Vater ja nicht mehr unparteiisch sein kann. Ja, und deshalb nicht mehr als Hand dienen sollte. Und dann ein, eine Verzweiflung, ein Verzweiflungsausruf von Alison, steht denn niemand in Kings Landing auf meiner Seite. Ja, sie vermisst Otto, weil, äh, äh, und, äh, das überrascht dann Laris aber auch so ein bisschen, weil, naja, also, Otto wäre jetzt aber auch nicht unparteiisch. Ja, ist doch scheißegal, aber er würde für mich Partei ergreifen. Ja, aber das ist ja wichtig, dass er ihm das so jetzt in den, in den Kopf setzt. Ja. Weil darauf läuft ja dann sein, sein Plan, in Anführungszeichen, raus. Mhm. Ja, vor allem, also, der, der geht dann ja, glaube ich, ins, äh, irgendwie ins, ins Gefängnis geht der auf jeden Fall. Also, zum Gefängnis, nicht ins Gefängnis. Ähm, und was ich sehr interessant fand, der hat so ein, äh, da war auch eine Nahaufnahme drauf, ich weiß nicht, äh, Torben, sonst hast du da vielleicht noch irgendeinen Bezug erkannt zu irgendwas aus den Büchern, was, was mir entgangen ist? Er hat nämlich irgendwie so ein Insektensymbol auf seinem Stock. Da hab ich mich höchstens, ähm, noch gefragt, da ja schon mal Tausendfüßler und Käfer und so ein Kram eben ein Thema waren, ob das vielleicht ein Foreshadowing war auf, ja, keine Ahnung, ob er jetzt sein eigenes Wappen damit mag oder Littlefinger hat ja auch den, die Sporttossel gehabt, immer diese Brosche, die er da am Revier getragen hat und dieser Scrapios oder was es schon fast war, könnte dann sein Symbol sein. Stimmt, ja, gut, im Hinblick auf diesen Tausendfüßler ist das vielleicht auch nochmal, weil er hat ja in erster Linie mit denen hier, äh, Kontakt, aber, ja gut, ist ein interessanter Gedanke, also ich mein, es taucht ja hier nochmal ganz kurz dann auch gleich nochmal auf, auf jeden Fall sind da, äh, etliche Gefangene, glaube ich, ne, und, ähm, ja, äh, also weiß ich, Vergewaltiger, Mörder, äh, was man halt kennt so. Er rekrutiert sich in Strafbataillon zusammen. Genau, richtig, der bietet dem Begnadigung an und, äh, versichert sich aber auch deren Schweigen, äh, und ich muss sagen, das war wirklich, also, hier merkst du halt, Zapottschnick ist wieder da. Ähm, sehr unangenehm Szene. Extrem unangenehm, vor allem, wenn man überlegt, in der ersten Staffel Game of Thrones, als Joffrey frisch gekrönt war, da hat man sowas auch gesehen. Oh ja, dieser Spielmann. Genau, genau, dieser Bade, da hat man das so im, oder hier, äh, Minnesänger, da hat man das halt so im, im Anschnitt nur gesehen, aber das reichte und ich muss sagen, hier war es wirklich, es war wirklich schon sehr unangenehm, also sowas, sowas hast du, glaube ich, nicht mal in Saw gesehen und letztes Jahr wurde da auch eine Zunge gezogen, also. Nicht so jedenfalls, also jetzt, es gibt ja diesen, dieser, dieser, diesen religiösen Orden der schweigenden Schwestern, jetzt, oder die Bruderschaft ohne Banner und jetzt haben wir die, die verschwiegende Bruderschaft ohne Zunge. Ja, ja, hier, äh, warte mal, wie heißt der denn jetzt nochmal hier? Die schweigenden Brüder. Nee, hier das, ähm, oh, hier, äh, Euron Greyjoy, der hat doch, glaube ich, auch, äh, äh, äh. Angeblich seinen Besatzungsmitgliedern die Zunge rausgeschneiden lassen. Genau, genau, die sind, die, die können da wirklich sprechen. Und wir erinnern uns an Sir Alan Payne, den Henker von Joffrey, der hat auch keine Zunge mehr gehabt. Genau, und das ist der dann ja auch, der, äh, dem, dem Minnesänger da die Zunge rauszieht, aber, also, machen wir es kurz. Eine glühende Zange. Genau, es, äh, ja, hier ist es nicht eine glühende Zange, sondern eine, äh, glühende Klinge. Heißes Messer. Boah, ich, also. Die, 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 die halten aber auch voll drauf, ne? Ja. Du siehst dann auch sogar den Stumpen und, ah. Ja, Paul, äh, du bist ja nicht so ein Freund von solchen Szenen, äh, hast du da. Nö, hätte doch gar nicht so lange drüber reden müssen jetzt. Okay. Ich hab weggeguckt und dann ging's weiter. Und ich finde, danach geht's, danach wird so ein bisschen das, nicht schon das Ende, aber es wird so der Showdown der Episode, äh, eingeleitet. Weil jetzt passiert wirklich nochmal viel Schlag auf Schlag und jetzt wird auch mal, ja, Bodycount eingelöst. Mhm. Schnitt nach Pentos. Schon wieder eine Geburt. Und diesmal ist es Elena, die ihr nächstes Kind bekommt, äh, es gibt Komplikationen, das Kind will nicht kommen und das kommt uns bekannt vor aus Folge 1. Ja. Wo, ja, ja, Viserys letztendlich, wo dieselbe Wahl oder für eine ähnliche Wahl gestellt wurde wie jetzt Damon. Mhm. Und. Und eine angenehme Szene. Also, äh. Ja, wirklich, die geht, äh, auch. Sehr, sehr, sehr eindringlich. Und jetzt haben wir aber auch noch die, die Spiegelung. Diesmal entscheidet die Frau selbst darüber und schleppt sich zum Strand. Und will als das, äh, sterben, was sie vorhin angedeutet hat, nämlich als Drachenreiterin und will sich von ihrem Drachen verbrennen lassen. Da auch die, die Verbindung zwischen ihr und dem Drachen, der, sie schreit ihn ja wirklich an, Dracarys. Ja. Und der Drache zögert zunächst, also, weil er sie natürlich erkennt, weil er erkennt, wer das ist. Mhm. Und weil er natürlich auch eine Beziehung, äh, zu ihr hat, aber erkennt dann auch irgendwann, okay, ähm, sie, sie möchte das wirklich oder sie, sie befiehlt mir das und dann, äh, genau, auf sie sich da und Damon kommt zu spät und sieht nur noch, wie, äh, seine Frauenflammen aufgeht. Eine, boah, eine Szene, bei der ich mir fast gewünscht hätte, man hätte sich noch, noch mehr Zeit gelassen oder die wäre noch besser aufgebaut gewesen, weil, also, man sieht sie da in dem, in ihrem, in ihrem Bett liegen und die, und die herumstehen, die sind dann schon total ratlos. Und nächste Szene ist, sie ist schon am Strand und, äh, kniet da vor ihrem, also, da hätte ich mir vom Aufbau her, weil an sich war das eine Szene, die ich eben auch in Bezug auf, äh, Emmas Geburt, dann von dem Sohn, der auch nicht überlebt, ähm, gewünscht, ah, keine Ahnung, da wurde vielleicht ein bisschen was liegen gelassen. Also, du, du sprachst ja auch schon von Spiegelung, äh, äh, das, äh, geht auch so weit, dass Damon hier wirklich genau das Gegenteil von dem fragt, was Viseres, äh, gefragt hat in dieser Situation von wegen, wird das Kind überleben? Und er fragt ja, wird sie überleben, ne? Ähm, ja, ich, ich kann mich hier da anschließen, also, es ist, äh, äh, dass die Szene trotzdem für mich emotional doch, also, die hat mich schon echt mitgenommen. Ähm, ja, ich hätte, also, wie gesagt, ich fand sie auch, ich hätte gern mehr von ihnen gesehen. Ja, ich auch. Schade, dass man, dass man schon wieder einen, so einen, so einen starken Charakter so förmlich aussortiert. Ja, äh, weg, weg brennt, ne, vor allem. Aber das ist halt auch House of the Dragon und Game of Thrones, da, die haben ja quasi revolutioniert, wie das ist, dass beliebte Charaktere oder starke Charaktere auch schnell von uns. Ja, aber so schnell ist schon krass. Nach einer Folge. Ja, das ist ein harter Cut auf jeden Fall, das stimmt, ja. Also, das, das, ich meine, man fing wirklich erst irgendwie an, ich meine, man muss bedenken, es ist ja auch nochmal eine andere Schauspielerin, also, die Schauspielerin hat nur eine einzige Folge. Mhm. Ähm. Was soll denn die Schauspielerin von Rhea Royce sagen? Die hat nur fünf Minuten gehabt, gefühlt. Ja, das war ein Cameo. Ey, ich, ich war in House of the Dragon und ich bin gestorben, wie alle anderen auch. Ähm, ja. Vor allem ist das ja auch hier eine grobe Abweichung, äh, äh, tatsächlich von, von ihrer eigentlichen Rolle, ne? Ja. Dass sie hier so früh stirbt. Und das, die Umstände sind natürlich, und da hab ich mich nämlich auch nochmal, äh, eingelesen und dann, hier muss ich sagen, hier bin ich mit der Änderung gegenüber der Buchvorlage, oder der, der Vorlage halt, doch, also, sehr viel mehr zufrieden. Oder mit, die Entscheidung kann ich mehr verstehen, als das mit Rhea Royce, weil, das, weil es ihr eben nochmal was, das ist eine eigenständige Entscheidung, ja? Das ist nicht wieder, sie erliegt dem, äh, sie erliegt dem, der Schwangerschaft, sie erliegt dem Ganzen, sie gibt dann auf, weil sie eben da den, den neuen Sohn oder was auch immer das Kind gebären muss, was nicht ist, aber egal. Weil, hier schleppt sie sich noch mit eigenen Kräften dahin und es passt auch, also, das passt wirklich eher zu ihrer Figur. Ja. Ja, hat das, äh, selbstbestimmtes zumindest, ne? Also, wobei, man muss ja sagen, dass hier mit Rhea Royce, das ist ja, das ist ja eigentlich so relativ wie in der Vorlage, das haben sie nur weiter ausbuchstabiert im Hinblick auf Damon. Äh, Tom, du hattest noch was? Äh, nee, es ist, ähm, ich wollte nochmal davor eben, ja, was Lena hier eben durchmacht, es ist, ähm, ein schöner, ein schöner Kontrast, wenn man sich in die erste Folge besinnt, wie Emma abgeschlachtet wurde regelrecht im Kindbett, äh, das, das war, das war eine Szene, wo mir auch ein Kloß im Hals stecken geblieben ist, äh, und, und, ja, mir hat hier Lena echt leidgetan, auch das, ja. Ja, dass es dann tatsächlich so schnell ging, hätte ich auch nicht, äh, ja. Die Szene, die wird für mich halt gerettet durch die, äh, äh, Inszenierung von Sapochnik und, äh, die, äh, da hier die, die Schauspielerin von, von der, äh, Lena, ne? Ja, und das ist halt noch ein guter Kontrast, wenn man sieht, weil, äh, beider, also sowohl König Viserys als auch Prinz Daemon haben ja die Wahl, äh, was machen wir jetzt, das Kind will nicht rauskommen. Ja, ja. Aber Daemon zeigt sich als Überlegter, der halt noch fragt, was passiert, wenn, und es halt nicht fertigbringt, während Viserys hier eine kaltblütige Entscheidung getroffen hatte, äh, fünf Folgen vorher. Die ihn sein Leben lang verfolgt dann, ja. 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 Ja, ich, wie gesagt, hätte man, ich glaube, das, das Gefühl habe ich tatsächlich aber bei dem ganzen, oder bei den, bei den meisten Szenen, die jetzt noch folgen, weil es geht wirklich zack, zack, zack in parallel, in einer, später dann ja wirklich in einer parallelen Montage, ähm, schade, dass es so gerusht wird. Ja. Ich glaube, da wäre noch mehr, da wäre noch mehr Kraft, äh, dahinter gewesen. Kraft, wortwörtlich. Ja, mehr Kraft sehen wir. Von diesem Abschied von Lena Targaryen geht's nämlich zu, zu einem anderen Abschied, aber keinem endgültigen, also, ja, doch, doch ein Endgültiger. Ja. Zwischen, äh, Harwin und Rhaenyra und deren Kids, ähm, äh, die sagen Tschüss und Jace fragt dann seine Mutter, und da gerade heraus, ist das mein Vater. Ja. Und Rhaenyra, sie macht's geschickt, sie sagt, you are Targaryen, that is what matters. Ja. Ja. Ja, 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 ich, ähm, ich muss sagen, also, äh, äh, ähnlich dann wie mit, mit Lena ist es ja auch irgendwie schade um diesen Sir Harwin, ähm, weil, äh, das, das war eine schöne Szene, wie der sich da verabschiedet und wie er dann, wie er sehr verspricht zum einen, dass er deshalb zurückkommen wird, ne? Und zum anderen dann, äh, als er sich da von seinem neugeborenen Sohn verabschiedet, sagt er dann so, ja, also, wenn wir uns wiedersehen, dann werde ich ein Fremder für dich sein, ne? Ähm, das, das ist auch schon bemerkenswert, dass, dass der und Rhaenyra mit den Kindern wirklich, also, die wirken halt wirklich wie eine Familie mit Vater, ja? Und er verabschiedet sich als eigentlich nur als so, äh, vorgeschoben der, der, der nette Stadtwachenonkel, der jetzt halt erstmal weg ist, äh, und mit dem die Kinder immer gern gespielt haben und so, und das, also, das ist schon, das, das bringt sie hier schon wirklich sehr gut rüber, dass dieses Unausgesprochene die ganze Zeit eigentlich über, über ganz King's Landing in der Luft hängt, ne? Ja, es ist, also, ich finde, es ist sehr viel harmonischer, als es letzte Woche mit Kristen Kraut versucht wurde. Ja, ja, das, das war vom Writing her halt, ja, gut. Ja, Rhaenyra, äh, will sich auch verabschieden, sucht Lenor im Burghof auf, äh, sagt, äh, dass sie gemeinsam weggehen werden, dass sie untergraben und zum Gespött der Leute geworden ist, äh, und sie möchte nach Drachenstein gehen. Und dann, also, oder, beziehungsweise erklärt sie es ihm oder macht es ihm dann nochmal mit seinen eigenen Worten deutlich, die er, glaube ich, so ein paar Szenen zuvor auch schon mal gesagt hatte, wo er da mit so einer Seefahrermetapher quasi arbeitet, ähm, und dann finde ich bei der Szene noch so schön, dass sie zu ihm sagt, hier, du, nimm den mal mit, gemeint ist halt sein, der, der Herr Karl, äh, weil sie jedes Schwert gebrauchen können, äh, das, es ist, also, Ja. Ach, deswegen, also, ich, das ist, schöne Geste, ja. Ja, es ist aber auch wieder relativ gerusht irgendwie, ne, also. Ja, es ist, ähm. Erklärt sich nicht so ganz, weil so, was wir gehört haben, ist eigentlich, dass, dass sie Oberwasser hat. Alicent verzweifelt ja gerade dazu, von wegen, ist denn hier keiner auf meiner Seite? Ja, stimmt, ja. Und, und, also, das suggeriert für mich, dass Rhaenyra eigentlich dominanter ist. Aber das ist ja nicht der Fall, ne? Eben, das ist. Die sind, die fühlen sich beide in die Ecke gedrängt. Ja, und, ja, und Rhaenyra, äh, ich glaub, wurde auch nochmal dann so eben durch das förmliche Verlassen eben von Strong, äh, ja, von Harwin, äh, nochmal in der Entscheidung gestärkt. Weil sie ja auch erst argumentiert hat gegenüber, also, die Argumentation war ja vorher noch eine ganz andere. Hier ist ja auch wieder, hattest du ja schon, äh, also, hattest du ja schon hier, äh, dass sie ihm seinen eigenen Spruch zurückwirft, ne? Genau dasselbe hat sie ja auch bei Damon gemacht in Folge 5, ne? Mhm. Und, das, äh, find ich, find ich immer, also, das ist Writing hier richtig gut. Und da merkt man, ja, da merkt man auch wieder einen gewissen, gewissen weiblichen Touch, sag ich jetzt mal, der aber dem Ganzen wirklich gut tut. Äh, ja, ich glaub, da kommen wir jetzt auch eigentlich fast schon zur letzten Szene. Yay! Ja, fast. Es ist jetzt das, äh, wir sehen die, die, die Strongs auf dem, also, die Hauskraft, äh, nach Harrenhall, auf dem Weg nach Harrenhall. Äh, und wir sehen auch schon die ehemals Gefangenen, die, die jetzt keine Zunge mehr haben, da am Wegesrand oder am Waldrand lauern. Und ich glaube, auch da fängt es schon ein bisschen an mit dem Voice-Over von Laris. Ja, aber auch, äh, vorher noch, ähm, also, zum einen sehen wir, dass einer von diesen Männern dieses Insektensymbol irgendwie am, am, am Revers trägt. Also, von, von, äh, Lord Laris, und dann weiß man eben, der, der hat die wirklich dahin geschickt. Und dann haben wir natürlich die eigentliche Sequenz, also, erst mal sehen wir ja Harrenhall von Weitem. Ich persönlich hab's ehrlich gesagt, so wie es aussah, nicht so wirklich wiedererkannt aus Game of Thrones, aber das war ja auch da nur ein verbrannter Trümmerhaufen. Und, äh, dann haben wir eigentlich eine relativ kurze Sequenz, wo uns dann eben gezeigt wird, dass, also, Leonor Strong liegt da in seinem Schlafgemach nachts. Und dann bricht irgendwie Feuer aus und er hört die verzweifelten Rufe seines Sohnes Harwin, der halt irgendwie schreit, ah, hier ist Feuer und ich werde verbrennen. Und, und, äh, Leonor Strong versucht dann verzweifelt die Tür einzuschlagen und ich glaub, dann stürzt aber immer die Decke ein und... Ja. Schön, dass... Also, es ist halt offensichtlich, dass es hier der Klumpfuß ist. Im Buch ist es ein bisschen schwammiger, da ist man sich nicht ganz sicher. Da wird zwar auch der Klumpfuß genannt, aber tatsächlich wird auch unter den Verdächtigen Prinz Daemon aufgeführt, der, äh, ja, sich an Harwin rächen wollte. Wegen Ranyra so ein bisschen, also, es wird ein Buch offengelassen, wer es ist, aber hier wird es halt deutlich gezeigt. Und das Feuer ist halt relativ verheerend, dabei sterben halt Vater und Sohn und über ein Dutzend Bedienstete und, ja, es suggeriert so ein bisschen schon wieder Gitarrenhallen, Flammen auf und... Ja. Ein Fluch geistert herum, was ja Laris noch, noch wörtlich sagt, dass anscheinend das Gemäuer verflucht ist. Ja, ja, genau. Das heizt er ja selbst so ein bisschen auf. Und dann kommt es eben zu dieser, zu diesem, zu dieser Voice-Over-Sequenz, wo wir da, wo wir auf der einen Seite sehen, wie Harrenhal, ich sag jetzt mal, böse aufgeräumt wird. Und auf der anderen Seite aber auch Ranyra und ihre Familie Drachenstein ankommen. So, das eine Zuhause ist komplett zerstört, die anderen kommen gerade bei ihrem neuen Zuhause an, ist vielleicht auch so eine Parallele. Und da ist das, was ich meinte, also Viserys sitzt auch vor seinem Modell und besiegt seine Ringe und da kommt das Voice-Over, seine, ja, Chaos is a leather moment. Ja, da ist wieder die Ratte, Dom, da musste ich an dich denken. Genau, da ist wieder die Ratte, also die taucht auch immer in Verbindung eigentlich mit Viserys auf, ne? Ich hab das vielleicht auch ein bisschen, bisschen falsch verstanden, das, das bezieht sich gar nicht mal so auf Alicent, eher auf Viserys, ja. Aber ich find das auch mit Alicent, die Verbindung da auch gar nicht so schlecht. Oder ob's halt wirklich, äh, der Tod einfach nur ist, der da um, um Viserys herum gleicht. Es gibt ja Spekulationen, äh, die meinen, dass das Ganze foreboding ist für eine der grausamsten Taten, äh, im, im, äh, Tanz der Drachen. Ich sage nur, äh, Red and Cheese. Äh, ich hoffe, der, äh, äh, Torben weiß, was ich meine. Naja, ja, ich sag aber dazu mal nix. Ja, äh, das, also da gibt's Vermutung, dass das das eventuell irgendwie auch andeutet. Ähm, ja, fand ich, fand ich eine starke Szene, hatte wirklich sehr was von Chaos is a Ladder, kam natürlich nicht da ganz heran, aber vor allem merkt man auch, was, äh, äh, Lord Larys für ein Typ ist, dass der irgendwie, ja, der lernt, der hat irgendwie gelernt zuzuhören und, und, äh, Intrigen zu spinnen und vor allem sieht er ja auch Kinder und generell auch, äh, äh, Familie, Liebe, das sieht ja alles als Schwäche an und Kinder halten uns eigentlich nur davon ab, zu Staub zu werden, also sind eigentlich nichts weiter als das, was wir hinterlassen, damit wir nicht vergessen werden auf dieser Welt, also eigentlich nur ein Vermächtnis, äh, währenddessen, hast du ja schon gesagt, sieht man, wie die Leichen da aus Harenhall getragen werden und, äh, wie die Verschwörer sich dann da von dann machen und wir sehen auch, glaube ich, das verbrannte Skelett von Lena, wobei... Ja, wir sehen auch die Tochter, die da, äh, neben zusammenbricht und, ja, Damon spendet ihr zumindest in der Szene kein Trost. Genau, der, der auch kein Draht dazu hat, der auch nicht so wirklich richtig erschüttert war über den Tod seiner Frau, wobei was ein bisschen komisch ist, äh, dass von Lena überhaupt ein Skelett übrig ist, weil wenn wir uns erinnern, als, äh, Drogon Feuer gespielen hat in Staffel 7, als er, äh, hier die, die Talis verbrannt hat, da blieben ja wirklich nur zwei Aschehäufchen übrig, ne? Naja, wenn du bedenkst, es gibt eine schöne Szene, ähm, vom Krieg in den Trittsteinen gegen den Krabbenspeiser, wo Damon erstmal einen Teil der Hierarchie ausräuchert und siehst du so einen Soldaten, der wegrennt, einen Feuerstrahl, äh, hüllt ihn ein und nur so das Bein fällt ab, also der Rest ist verbrutzelt, den gibt's nicht mehr. Ja. Ähm, dann, das, und da bin ich bei dir grad so ein, so eine Vaga, die so ein, so ein, so ein, äh, wirklich so ein alter Drache und, äh, mhm. Die müsste eigentlich Feuer haben, heißer wie Lava oder was, dass halt wirklich nix mehr übrig bleibt, dass du wirklich verkohlst. Also, höchstens noch der, der Wind deine Asche verweht, so wie in der, ähm, siebten Staffel, wo ein paar Lannister-Soldaten sich da zusammenschließen zu so einem Schildwall, Feuer über sie drüber und dann siehst du noch, äh, wie das ein Aschehäufchen ist und der Wind die so wegweht. Und dass die instant verdampft sind, regelrecht. Richtig, richtig. Ja, da musst du ja auch dran denken und, ah, ich muss sagen, ich hätte jetzt ihr verbranntes Skelett nicht unbedingt sehen müssen. Ja, wir haben's ja gesehen, was mit dir passiert ist, da hätt's nicht nochmal gemusst. Nee, ähm, auf jeden Fall, ähm, was ja auch sehr interessant ist, dass Lord Laris dann auch, äh, also, er sagt Alicent halt eigentlich durch die Blume, was er getan hat. Ja. Und die ist dann völlig schockiert und er spricht dann davon, ja, also, Harrenhal hat schon ewig immer den, den Ruf verflucht zu sein. Wusstet ihr das nicht? Harren hat das Ganze eigentlich nur erbaut irgendwie, äh, um, um seinen Großmut zu demonstrieren und seine Macht. Und der Mörtel, äh, der für die Steine verwendet wurde, der wurde mit Blut angemischt, also, dieses, dieses, äh, äh, dieser Landsitz ist verflucht. Und, äh, äh, Alicent ist dann, ist dann völlig schockiert und er glaubt aber, dass er ja irgendwann eine Belohnung von ihr bekommen wird und riecht dann wieder so, äh, sehr demonstrativ an der, an der Blume, wie, glaub ich, in der letzten Folge. Und dann ist, glaub ich, Abspann, ne? Jo. Ja. Äh, ich bin gespannt jetzt, äh, auf euer Fazit, denn ich muss sagen, ich war nach der Folge recht unentschlossen. Oder ich bin's auch jetzt noch so ein bisschen, weil ich immer noch nicht, weil, boah, es ist so viel irgendwie Input, ähm, äh, aber vielleicht versuchen wir's trotzdem irgendwie in Gedanken zu pressen. Torben, versuch dich mal in einem Fazit. Ähm, ich bin bei dir, wenn's dann auf einmal zu viel ist, weil die anderen Folgen hat man sich sehr viel Zeit genommen, es wurde sehr viel gesprochen und nur sehr minimal mit Höhepunkten umgegangen und sehr gut dosiert. Hier hat man gegen Ende wirklich so zwei, drei Dinger, wo der erst mal auf Einschlag kommen muss, dann passiert schon das Nächste. Ja, ja. Wir haben vielleicht den Tod von Lena noch nicht verdauert und schon kommt's hier zum Brand, äh, im, in Harrenhall. Also fast alle Tode in dieser Folge werden übrigens durch Feuer verursacht, vielleicht auch ein kleiner Nebenfeld, äh, bei Feuer und Blut. Und, ja, aber Fazit zur Folge, ich bin jetzt nicht mega gehypt, aber ich find's trotzdem immer noch solider. Es ist ein kleiner Abstieg zu dem, was wir vorher bekommen haben, aber es macht schon Lust auf die, auf die siebte Folge, weil die dunklen Schatten und Schwingen auf dem, was da noch kommt, äh, weiten sich. Ja, man merkt, die Serie steuert hier wirklich jetzt auf, äh, was Großes zu. Die gibt jetzt Gas so langsam, ja. Ähm, sie hat vorher vielleicht ein bisschen wenig Gas gegeben, was mich jetzt aber nicht gestört hat. Also insgesamt, also, Paul, äh, ohne eins kann ich dir ein Stück weit mit beipflichten, äh, während des ganzen Gesprächs ist mir das jetzt so durch den Kopf gegangen. Also, diese, diese Folge hat zum einen sehr, sehr große Stärken, sie hat aber auch sehr eindeutige Schwächen, die sie dann dahingehend wirklich ein bisschen runterziehen. Also, von wegen des mit dem Zeitsprung und Kristen Cole und, und auch so gewisse andere Aspekte. Aber die Stärken, muss ich sagen, die sind für mich persönlich bockstark. Und hätte man das hier noch ein bisschen mehr ausgearbeitet, hätte man vielleicht diesen Zeitsprung nochmal irgendwie ein, zwei Folgen nach hinten geschoben, dann hätte das hier womöglich eine richtig, richtig starke Folge sein können. Also, allein schon durch die Inszenierung von Miguel Sapochnik, großartig. Äh, ja, insgesamt, äh, ist es eine gute Folge, würde ich sagen. Sie hätte halt wirklich, also, sie hätte, sie hätte herausragend sein können von dem, was passiert, aber nicht wie es unbedingt passiert oder, oder worauf es aufbaut. Ja, ähm, steht so ein bisschen Pate für das Für und Wider und so ein bisschen auch das Dilemma, in dem sich diese Serie befindet. Aber dennoch nach wie vor sehr, sehr sehenswert und inszenatorisch mitunter wirklich herausragend. Ja, sehr gefüllte Episode mit vielen Charakteren, vielen neuen, vielen, die einen Einfluss gewonnen haben, beziehungsweise verloren haben. Erinnert mich so ein bisschen an Folge 2, wo auch sehr viel geredet und geplant wurde, etc. Es gab wieder ein paar schöne kleine Momente. Der Darsteller-Innenwechsel hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört, wie ich zunächst gedacht hätte. Aber der Zeitsprung, der lässt natürlich wieder einiges im Wagen. Hm, es ist viel Exposition, es ist zeitweise gerusht und mir fehlt da auch vielleicht so inszenatorisch irgendwie so eine Eigenständigkeit oder wie ein paar Kniffe. Die One-Shots am Anfang der Episode, die waren echt stark. Es bleibt aber auch weitestgehend dabei. Und es ist letztendlich wieder eine Episode, die ich nicht komplett schlecht finde, aber auch nicht total überragend. Ich hoffe wirklich, dass sich das Feuer, und damit meine ich so ein bisschen meine Begeisterung auch für die Serie oder für einzelne Folgen sprichwörtlich noch entfachen wird. Vielleicht ja schon nächste Woche, wenn wir uns dann wieder hier an Selberstelle zusammenfinden werden. Teilt uns wie immer gern eure Gedanken über die Folge mit. Bewertet unseren Podcast, beziehungsweise unsere Recaps auch gern auf Spotify. Da kann man zum Beispiel fünf Sterne geben bei Apple Podcast und auf anderen Podcastportalen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank an Dom und Torben fürs Dabeisein. Gerne. Gerne. Gerne wieder. Immer wieder gerne. Und bis nächste Woche. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. War noch ein gutes. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.